Diese Woche waren wir mit AEW in Sacramento, California. Wir waren bei AEW Dynamite und AEW Rampage natürlich. Und ja, es ist natürlich nach dem Revolution Pay-Per-View wieder einiges Neues passiert. Was da genau Neues passiert ist, das werdet ihr in der Elite-Auer erfahren. Wir haben auch ein paar News, eventuell eine dritte Weekly. Da werdet ihr auch unsere Meinung dazu hören, obwohl das noch relativ in den Anfängen steht, muss man sagen. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Elite-Auer. Bis dann. Bis dann. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite-Auer. Wir sind wieder zurück hier mit eurem AEW-Podcast. Und ja, ich bin der Julian. Ich bin wieder am Start nach einem für mich etwas kürzeren Karat-Wochenende. Doch mein Podcast-Partner hat ein längeres Karat-Wochenende gehabt. Der Stefan, hallo. Hallo, ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich hoffe, dass man mich diesmal hört, beziehungsweise, dass man, also dass bei dieser Aufnahme nicht schief geht, weil, wie ihr in der letzten Ausgabe ja schon hören konntet, wäre ich eigentlich dabei gewesen. Ich entschuldige mich natürlich auch nochmal für die technischen Probleme. Ich hoffe, dieses Problem werden wir diesmal nicht haben. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ich komme jetzt auch von einem pickepackevollen Karat-Wochenende zurück. Es ist gerade Montagabend, wenn wir aufnehmen. Ich war auch Freitag bis Sonntag, wie das fast komplette Wrestling-Infos.de-Team in Oberhausen. Drei Tage Karat haben wir mitgemacht, gefühlte 15 Stunden Live-Wrestling. Plus natürlich noch die AEW-Shows, die wir jetzt für die Elite-Hour noch gucken mussten. Also das Wochenende war lang und voll. Ja, für euch, oder für den großen Teil, wie du schon gesagt hast, unseres Teams. Sehr, sehr viel los am Wochenende. Ich war nur am Samstag da für Ambition und für die zweite Nacht des 16-Karat-Goals. Aber ich muss sagen, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also ob es jetzt nur, oder der Fakt, dass es nur einen Tag war mit zwei Shows. Ich fand es trotzdem super. War auch wieder schön, alle zu sehen. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, super Wrestling-Wochenende, was ich auch mitbekommen habe. Ich habe viele Leute getroffen auch, die man einfach auch nur so vom Hören her kennt. Viele neue Leute auch getroffen. Teilweise Leute aus Frankreich oder so. Das war schon relativ witzig. Ja, Francesco Akira, einer meiner Leute aus meiner Lieblingsfraktion so ziemlich momentan bei New Japan Pro Wrestling aus dem United Empire. Der war natürlich auch da. Mit dem durfte ich auch ein Bild machen. Da habe ich auch ein T-Shirt gekauft. Das war schon echt eine richtig coole Sache. Wenn ihr beim Karat wart, könnt ihr auch mal gerne reinschreiben, wie ihr es fandet. Ich habe nicht wirklich Zuschauer gesehen oder getroffen. Das ist natürlich auch etwas, ja, immer ein bisschen, ne? Also man kann nicht immer so nach Profilbildern gehen, wenn man bei Twitter ist, oder? Also du bist ja nicht bei Twitter zum Beispiel. Bei dir wäre es zum Beispiel sehr schwierig gewesen, ne? Ich glaube, bei mir ist es ziemlich unmöglich. Ich weiß nicht, ob bei mir überhaupt, ja doch, mit Sicherheit wird es von mir Bilder im Internet geben, das ohne jede Frage. Aber nicht auf Twitter oder sonst ähnliches. Deswegen, wenn man mich nicht gerade an der Stimme erkannt hat, wird es schwierig sein, mich da irgendwie, keine Ahnung, zu erkennen, anzusprechen oder sonst was. Aber, ja, wie du gerade schon gesagt hast, unter anderem Francesco Kira war da, den ich vorher noch nie live gesehen habe, der auch unfassbar gut war. Und grundsätzlich direkt auch schon mal der Verweis. Wir haben einen wunderbaren Deutschland-Podcast, der sowohl vor dem Karat-Wochenende eine Preview aufgenommen hat und mit Sicherheit jetzt auch bald noch eine Review rausbringen wird. Das heißt, falls ihr da Interesse dran habt, kann ich den wirklich sehr empfehlen. Weil, wie gesagt, ich bin nicht sehr im europäischen und deutschen Wrestling drin und mir hat das wirklich gut geholfen, das vorher einmal anzuhören, damit ich grob weiß, was hier dann alles passiert am Wochenende. Deswegen, bisschen Werbung in eigener Sache. Hört da gerne mal rein. Wir haben wirklich drei, ich denke mal, es sind wieder dann drei in der Review, zumindest waren es drei in der Preview. Drei Experten für deutsches und europäisches Wrestling, die euch da wirklich sehr gut ins Thema einleiten. Genau, wrestling-infos.de. Seid auf jeden Fall da gespannt. Freut euch auf die Review. Wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen, nächste Woche, mal sehen, wird das dann kommen. Und ja, du hast gesagt, ich glaube, wir können Karat, so jetzt den kurzen Karat-Tor ein bisschen abschließen jetzt. Wir sind beide müde. Stefan natürlich noch viel mehr als ich, aber mich hat es heute so ein bisschen erwischt am Montag, weil ich wusste, ja, ich muss noch arbeiten, muss noch Rampage irgendwie schon. Das war interessant, ja. Naja gut, kommen wir zu AEW Dynamite und AEW Rampage oder allgemein der AEW-Woche. Es war ja die Post-Revolution-Woche tatsächlich. Der erste Pay-Per-View ist ja vorbei von 2023 und wir hatten natürlich neue Fäden. Wir hatten sogar jetzt auch für nächste Woche dann jetzt schon einen neuen Titel, obwohl das eigentlich nur ein Übergang ist, aber trotzdem könnte man schon sagen, einen neuen Titel. Und wir haben eine potenzielle neue TV-Show für AEW und es wird eine dritte Weekly anscheinend geben. Ich habe jetzt hier mal den Link zumindest mal hier rausgesucht vom Observer, fowonline.com. Und zwar heißt es da, dass diese Show, ja, eine dritte In-Ring-Show sein soll und die soll an einem Samstag dann ausgestrahlt werden. Und zwar wurde das von Andrew Zarian da, ja, berichtet. Und mal schauen, ob das funktioniert, ob das überhaupt alles so stimmt. Aber das war so eine News für AEW diese Woche, oder letzte Woche besser gesagt, die uns da, ja, schon ein bisschen stutzig gemacht hat. Aber das zeigt auf der einen Seite, Warner Brothers, Discovery, die haben Bock auf mehr AEW-Content. Wir hatten jetzt schon All Access Ende März, was da anfangen wird. Und es könnte sogar sein, dass es dieses Jahr eine dritte AEW-Weekly gibt mit Wrestling. Das könnte echt interessant werden. Und mal schauen, was das dann wird. Anscheinend soll es eine Stunde sein, also eine Stundenshow wie Rampage, vergleichbar damit. Also, ja, wie ist denn deine Auffassung davon? Also grundsätzlich, ich meine, man muss es ja nicht schauen, wenn man es nicht, also wenn man es blöd findet, muss man es ja einfach nicht gucken. Natürlich wieder der wunderbare Verweis auf unsere super guten Live-Berichte von den AEW-Shows, die auch gerne mal von mir kommen. Aber nochmal Werbung in eigener Sache. Das Ding ist aber, ich glaube, Rampage hat in den letzten Wochen, Monaten nicht das Niveau, dass man da jetzt groß sagen könnte, das ist eine Show, die man gucken muss. Deswegen würde ich auch da jetzt sagen, es ist nicht verkehrt von mir aus, aber ich brauche es halt persönlich überhaupt nicht, weil Rampage wird schon nicht richtig genutzt oder nicht so, wie man es nutzen könnte. Da ist ganz, ganz, ganz viel verschenktes Potenzial bisher drin. Ich weiß nicht, ob die Show vielleicht noch irgendwie so eine Art gewisses Gimmick bekommen soll oder ob es dann wirklich Rampage 2.0 ist. Also einfach eine weitere einstündige B-Show, die halt dann im Fernsehen übertragen wird. Aber ich sehe halt wirklich noch nicht ganz den Sinn von, außer dass es natürlich für alle Beteiligten wahrscheinlich mehr Geld bedeutet und für manche Talente von mir auch mehr TV-Zeit oder so. Aber wenn Rampage weiterhin auf dem Niveau bleibt, dann brauche ich keine zweite B-Show. Ja, stimme ich absolut zu. Ich weiß nicht, ich finde es auf der einen Seite ganz cool wäre, wenn man AEW mag, dann hat man noch eine Stunde, die man schauen kann. Ist ja klar, man hat es schon am Montag, man hat Elevation, man hat Dienstag Dark, Mittwoch Dynamite, ja Donnerstag, gut, das ist ja dann mehr jetzt wieder Ring of Honor, aber Freitag Rampage, Samstag dann diese Show eventuell, diese neue und Sonntag dann alle paar Monate Pay-Per-Views. Battle of the Bells hat man auch noch, ich weiß nicht, wann sie das dann noch bringen. Also man hat genug AEW-Content. Aus Fansicht, da hast du absolut recht, ich weiß nicht. Weil das ist dann wieder so ein Ding, da müssen wir echt auch mal unsere Podcasts nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen anpassen, weil wir hatten ja bisher immer so dieses System, dass wir, ja, Dynamite und Rampage besprechen und hier und da vielleicht ein bisschen was anderes. Bei Pay-Per-Views natürlich grundsätzlich, im Vordergrund steht da natürlich der, ja, die Großveranstaltung der Pay-Per-View, aber trotzdem Dynamite und Rampage ist ja immer so unsere Orientierung. Wenn dann eine dritte Wiki noch dazukommt, also dann müssen wir mal schauen, ob wir halt das einfach komplett anders machen. Einfach sagen, wir machen die komplette AEW-Woche und nur alles, was wichtig ist. Oder wir machen nur Dynamite ausführlich und dann was anderes. Weil das ist so das, was ich mich dann immer frage, weil ich denke dann schon immer an den Podcasts und, ja, also drei Shows, ich weiß nicht, ob wir das alle, wenn wir immer zu zweit sind und dann jeder auch so ein bisschen immer mit dabei ist, ob wir das alle immer machen können, ne, das ist auch immer sehr schwierig. Weil wir bringen den Podcast-Dienstag raus und, ja, mal sehen, oder? Das wird ein bisschen schwieriger dann vom Planen her auch. Ja, ich glaube, das wird dann nur funktionieren, wenn man wirklich irgendwas komplett unter den Teppich kehrt. Aber ich glaube, also wie gesagt, wenn da jetzt nicht so ein großes Feuerwerk auf einmal kommt, sodass man sagen kann, boah, das ist eine Show, die muss man Woche für Woche sehen und da kommt Minute für Minute irgendwas, was relevant ist und gut ist und wert ist, dass es halt irgendwie genauer besprochen wird, dann glaube ich, dann kann man auch wirklich da wirklich, also sagen, man hatte in einer Woche dann vielleicht da so ein kleines Highlight drin, dann kann man das thematisieren und alles andere wirklich verweisen, wenn es euch interessiert. Könnt ihr euch es gerne angucken, ich werde jetzt nicht sagen, schaut es euch auf keinen Fall an, aber sonst lest es euch durch, lest euch unsere Berichte am besten sogar noch durch, aber es ist einfach dieses, ich sage ja jetzt schon bei Rampage, man muss es nicht gesehen haben und einiges davon ist auch kaum die Rede wert, irgendwie groß zu besprechen und deswegen, ich werde ziemlich fest davon ausgehen, dass es bei Collision, so wie es ja glaube ich heißen soll, nicht groß anders sein wird, weil ich sehe da jetzt nicht das Potenzial, dass es eine so viel bessere Show sein wird als Rampage. Ja, ebenso, das weiß nicht, das ist echt eine interessante Sache, aber gut, wahrscheinlich heißt es dann auch Rampage Elevation oder so. Also wenn es nicht Collision heißt, dann Rampage Elevation. Ich meine, um hier vielleicht den WWE-Querverweis zu machen noch, die haben ja auch ihre Freitagsshow, also von Donnerstag auf Freitag, mit Main Event und das schaut sich ja niemand an, das ist ja so irrelevant, das ist ja schon, also in dem Fall dann natürlich auch eher so ein bisschen Dark-Niveau, aber das wird ja auch nicht in irgendwelcher Form groß in Berichten oder Podcasts oder so thematisiert, deswegen, ich glaube, ja, wenn sie kein Feuerwerk da abbrennen und da jetzt riesig viel, auf gut Deutsch gesagt, auf die Kacke hauen, dann, ja, dann wird es eine zweite Rampage-Show, dann wird es wahrscheinlich auch ungefähr auf dem Rampage-Niveau sein und genauso irrelevant bleiben. Ja, mal gucken, wie wir das dann handhaben werden in Zukunft. Ja, neue TV-Show. Kommen wir denn jetzt zu den momentanen TV-Shows, denn wir haben AEW Dynamite und AEW Rampage natürlich, die AEW-Woche nach Revolution, aber bevor wir noch auf Dynamite eingehen, natürlich noch, das habe ich fast schon wieder vergessen, die Quizmania-Frage, und zwar hatte ich mir diese Woche überlegt, hatten wir uns überlegt, wer hatte vor Wardlow die kürzeste TNT-Title-Begendschaft? Das ist so eine Frage für diese Woche, wer hatte vor Wardlow, der ja diese Woche den TNT-Teil nach drei Tagen wieder verloren hat, wer hatte vor Wardlow die kürzeste TNT-Titel-Regendschaft gehabt? Das würde uns natürlich interessieren und ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, am Ende, Stefan wird mich bestimmt erinnern, werden wir das dann wieder auflösen. Und ja, kommen wir zu AEW Dynamites. Das ist für mich, ganz ehrlich, eine solide Show, was das angeht. Das Wrestling war eigentlich, wie immer, relativ gut. Die Engels teilweise auch okay, ich finde es interessant, aber halt nur, wie sagt man, also nur kurzfristig. Da sehe ich momentan nichts, was mich langfristig packen könnte. Und bei manchen Engels verlieren sie mich einfach, weil ich einfach nicht verstehe, wieso sie da hingehen und wieso nicht in eine andere Richtung. Klar, wir sind alle so kleine Booker, jeder, der die Show guckt, so ein bisschen was von Wrestling versteht oder zumindest da interessiert ist. Man ist ja selbst irgendwo immer ein bisschen der, der die Matches gerne und die Paarungen gerne, ja, selbst booken würde. Aber ich weiß nicht, manchmal finde ich trotzdem, treffen sie falsche Entscheidungen. Und ja, ich weiß nicht, das erste Match war richtig cool, was sie da hatten, Orange Cassidy gegen Jay Liefel und den All-Atlantic-Title. Das war ein sehr, sehr guter Opener zum, ich glaube, zweiten oder dritten Mal in Folge hat Orange Cassidy hier ein All-Atlantic-Title-Match, was er auch gewinnt am Ende. Und das war wieder ein super Opener, super Match, jede Woche aber jetzt schon. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Woche in Folge. Und ja, nächste Woche wollen wir schon darauf wetten, dass es wieder der Opener wird gegen Jeff Jairl. Wahrscheinlich, ja. Also, ich habe auch wirklich gedacht, als ich mir die Show angesehen habe, also den Moment, wo ich sie angeklickt habe, und es geht genau wieder so los wie in den letzten Wochen, dass ich auf die falsche Show geklickt habe, aus irgendeinem Grund. Weil mittlerweile die Einleitung It's Wednesday Night and You Know What That Means gleichbedeutend ist, dass die Musik von Orange Cassidy gleich kommt. Aber wrestlerisch war es super, da kann ich nichts gegen sagen. Ich meine, mit Jay Liefel hat auch einen Gegner bekommen, der ohne jede Frage eine Menge im Ring kann. Aber es ist halt dann trotzdem halt irgendwie wieder dieses Gleiche. Du weißt, der Titel wechselt nicht. Du hast jetzt hier 15 Minuten, ganz grob gesagt, gutes Wrestling, kann man jedem empfehlen, dieses Match. Aber damit reißt du jetzt ja nicht vom Hocker. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, genau deswegen muss ich ab Minute 1 Dynamite gucken, damit ich genau das sehen kann. Weil das siehst du ja jede Woche. Und es ist nett, dass es der Titel verteidigt wird, dass du das Gefühl hast, es geht um irgendwas. Aber vielmehr jetzt, das ist es ja dann ja auch nicht. Ich hatte ja gehofft, als ich das angeschaut habe, dass vielleicht Jay Liefel den Teil gewinnt, weil es ist ja nach Revolution. Und warum denn nicht? Kann man ja machen. Jay Liefel ist ja auch ein ehemaliger Champion in vielen anderen Promotions. Ein Veteran, da hätte, glaube ich, keiner ein Problem damit gehabt. Und vor allem jetzt nach dem Pay-Per-View, wenn man halt mit einigen Leuten, sei es jetzt Ricky Starks oder Jungle Boy oder Hangman Page, wer auch immer, dass man halt diesen Babyfaces, die beim Pay-Per-View gewonnen haben, dass man vielleicht mit denen dann als Challenger geht. Weil man hatte halt mit Ronny Cassidy einen Babyface-Challenger. Und ich hatte in der Revolution-Review gemeint, dass wahrscheinlich Jungle Boy jetzt auch bald mal ein Titelmatch bekommen sollte. Das ist ja seine Story dieses Jahr. Und warum nicht gegen Orange? Aber dann hätte man Face gegen Face. Ob man das gerne macht, weiß ich nicht. Deswegen habe ich hier vielleicht sogar auch ein bisschen blöderweise mit dem Titelwechsel gerechnet. Aber du hast schon gesagt, das Match war richtig, richtig gut. Das beste Match der Show, meiner Meinung nach. Match of the Night im Opener mal wieder. Und nächste Woche gibt es dann Jeff Jarrett gegen Orange Cassidy und den AEW International Title. Und da kommt dieser neue Titel ins Spiel, den ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe. Es ist nicht wirklich ein neuer Titel. Er sieht genau gleich aus. Nur er heißt jetzt anders. Ist aber echt ein Upgrade. Also finde ich gut. Ja, es ist halt bedeutend sinnvoller. Weil ich meine All Atlantic, also es hat sich ja vorher nicht nur um den Atlantik gedreht. Deswegen ist es schon vollkommen in Ordnung, dass man den Titel halt dann einfach umbenennt und abändert. Es ist halt gerade in der aktuellen Form, wo er halt Woche für Woche gegen irgendjemand anderem, äh, irgendjemand anderes aus dem AEW-Roster dann verteidigt wird. Es ist halt wirklich ein zweiter TNT-Title. Ähm, ich finde die Namensänderung auch gut, klingt besser, klingt auch sinnvoller. Aber, ja. Ja, es müsste halt mal jemand aus Mexiko oder aus Jafen oder aus Europa gewinnen, ne. Weil irgendwie, also ich hätte nichts dagegen, wenn Takesh da zum Beispiel den Titel gewinnt. Weil, äh, klar, er tritt auch bei, ähm, na, AEW mittlerweile primär auf, aber er wrestet ja trotzdem für DDT teilweise noch. Oder wenn die nach, ich glaube, die kommen jetzt sogar in die USA rein jetzt, Richtung WrestleMania-Weekend. Da wrestet er auch bestimmt überall in den Indies und so weiter, ne. Also von daher, das wäre halt cool, weil da hättest du einen Champion, der halt überall hingehen kann, auch wenn er nach Japan zurückgeht oder wo auch immer. Und das wäre cool. Oder wenn du so einen Champion hast von AEW und der kommt dann einfach zum KH zum Beispiel, um halt die Brücke wieder zu spannen, als AEW International Champion. Das wäre halt cool. Also das, ne. Ich meine, das wäre absolut fantastisch. Also gerade jetzt aus deutscher Sicht, wenn man die Möglichkeit hätte, da wirklich ein AEW da erstmal, aber natürlich auch den Titel zu sehen. Ich meine, das Thema haben wir jetzt ja auch nicht zum ersten Mal, dass es halt einfach dieses verschenkte Potenzial von der Championship ist. Also Takeshita, wie dein Beispiel zu nehmen, wäre ein absolut fantastischer Titelträger. Einfach, weil, ich meine, er ist nicht mal Amerikaner. Also du hast einfach da das International, ja allein schon mit der Nationalität des Titelträgers drin, wo du super eine Brücke bauen kannst, um den Titel auch in Japan verteidigen zu können. Und Takeshita ist jetzt auch nicht der Riesenstar, der Woche für Woche jetzt irgendwie bei Dynamite auftreten muss, um die Zuschauerzahlen zu erhöhen. Das heißt, du kannst ihn auch problemlos mal nach Europa schicken, beispielsweise Karat. Einfach damit der Titel halt einfach seine Präsenz irgendwo hat. Aber gleichzeitig ist er einfach dieser unfassbar gute Wrestler, der dir auf der ganzen Welt diesen Titel auf höchstmöglichem Niveau verteidigen kann und präsentieren kann. Und so eine Art Markenbotschafter, in Anführungszeichen, für All Elite Wrestling wäre. Wäre einfach, weil er mit dem Titel in allen möglichen Ländern, in allen möglichen Promotionen auftreten könnte. Genau, du hast halt da auf der einen Seite den Vorteil für AEW. Ja komm, die haben jeder, oder bei irgendeiner Indie-Show oder sowas, haben die halt ihre Präsenz. Und die Fans dort und die Promoter und die Promotion freut sich auch, weil die haben einen AEW-Star. Das ist halt cool. Ich finde, das geht ja auf Richtung beide Seiten. Das hat ja Vorteile für beide Seiten irgendwie. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Mit Puck hat man es ja am Anfang so ein bisschen gemacht. Er war ja da auch bei RefPro und bei OTT, glaube ich, im UK beziehungsweise in Irland und hat dort den Titel verteidigt. Das war auch ganz cool. So habe ich ja gedacht, so wird der Titel auch. Aber dann, ja. Ja, ich glaube, es geht halt einfach darum, oder das Ziel mit diesem Titel sollte sein, dass nicht jede Promotion so gesehen grundsätzlich darum kämpft, an dem Kuchen, der jetzt das gesamte Wrestling symbolisiert, ein größeres Stück zu bekommen, sondern einfach nur das Größe des Kuchen erweitert wird. Weil wir reden immer noch von einer Sportart, die sich in einem gewissen Nischenbereich befindet. Wir reden jetzt ja nicht über Fußball oder American Football, wo Woche für Woche die Abermillionen zuschauen und bei einer WM zwei Milliarden Zuschauer dann vor der Kiste hängen, sondern es geht ja einfach darum, die Leute auf der ganzen Welt für diese Sportart zu begeistern. Und wenn du dann das Ziel, oder das Ziel im Optimalfall erreichst, dass du einen deutschen Wrestling-Fan damit begeistern kannst, sich für ein Karat das Ticket erstmal zu holen, weil du weißt, ich sehe hier heute Abend einen AEW-Superstar, wodurch natürlich in dem Fall jetzt hier die deutsche Promotion profitieren würde, aber dann auch zeitgleich der dann sehen kann, boah, jetzt von mir das potenzielle Beispiel mit Takeshita, boah, der ist so gut und den könnte ich echt Woche für Woche sehen, wenn ich mir jedes Mal AEW anschaue, dann gucke ich da vielleicht auch noch häufiger rein. und du kannst einfach Fans gewinnen, sich die breite Palette an Shows anzuschauen, beziehungsweise halt dann auch natürlich den Vorteil, dass kleinere Shows viel größere Zuschaumagnete haben, als Leute, die du halt im Zweifelsfall nicht kennst, wenn du dich nur fürs Mainstream-Wrestling begeisterst. Ja, absolut. Also das ist ein Vorteil, dann das natürlich, die Wrestling-Fans, die würden sich halt auch mega freuen. Ich glaube, es ist egal, wer das ist, wenn du in Deutschland oder in Frankreich oder auch in England, wenn da einfach, da kommt ein AEW-Champion dahin, das wäre halt cool, einfach auch für die Fans, ob das jetzt ein Draw ist oder nicht, das ist ja da mal hingestellt, aber solange du den auf die Karte packst, das ist halt ein cooles, wie sagt man, ein cooler Treat, also für die Fans, das gefällt mir halt. Von daher, ja, mit dem International-Name jetzt, vielleicht geht man wieder in diese Richtung, aber mal sehen. Takeshita wäre ein super Champion, Bandido, wenn man Richtung Mexiko geht, oder Rey Fenix, oder diese Leute halt, Rouge wäre auch genial, finde ich, als Champion, oder, die könnten halt, die sind groß genug, also Stars, die groß genug sind, aber, könnten trotzdem halt in ihre Heimat gehen, oder überhaupt überall hingehen, und wrestlen, das fände ich halt richtig nice. Ja, mal sehen, was sie daraus machen, nächste Woche, Orange Cassidy gegen Jeff Jarrett, wieder mal zwei Amerikaner, aber immerhin in Kanada, denn wir sind in Winnipeg, Manitoba, nächste Woche, beziehungsweise bei der nächsten, die ist ja schon diese Woche, für euch ja morgen dann, für uns in zwei Tagen. Das wird auch interessant. Ja, kommen wir doch mal zu dem Match, was hier dann auch auf Winnipeg quasi abspielt, oder abspielt, was dafür spielt, egal, Deutsch ist nicht so meine Stärke, wie ihr wisst. Ja, wir haben nämlich ein Trios-Title-Freeway-Match in Winnipeg, und zwar mit natürlich dem House of Black, Malakai, Brody King und Buddy, Matthews, die werden die Titel verteidigen, gegen einmal die JAS, Jericho, ich glaube Sami und Daniel Garcia, genau, die hatten ja hier das Match gehabt, bei Dynamite gegen Top Flight und A.R. Fox, auch ein sehr gutes Match, und die Elites, die kriegen quasi so gesehen ihr Rematch vom Pay-Per-View, als sie ja die Titel verloren haben. Kenny ist von Winnipeg natürlich und Jericho auch und Don Callis, also drei Leute von Winnipeg. Ich habe mir schon überlegt, irgendwas werden sie mit den beiden machen? Erst habe ich gedacht, vielleicht könnten sie ja Omega gegen Jericho machen, aber ja, ich glaube, dafür hätte man viel mehr Aufbau haben müssen. Von daher finde ich es ganz gut, dass man das in so ein Trios-Match bringt, weil das Match könnte im wahrsten Sinne des Wortes in Anführungszeichen ein Clusterfuck werden, weil das sind einfach, ja, neun Leute und du hast Sammy Guevara drin, du hast die Young Bucks drin, Buddy Matthews, die werden halt richtig abgehen. Du hast ein Monster drin mit Brody King, der jeden killen wird, Jericho und Kenny, da hast du, und Malakai, da hast du die großen Stars, die großen Leader, in Anführungszeichen, also das ist schon echt ein cooles Match. Ich hoffe, dass die tatsächlich sehr, sehr viel Zeit bekommen. Also wenn es nach mir ginge, gerade in Winnipeg mit den drei Leuten da, mit Don Callis auch noch wahrscheinlich, also come on, da kannst du ruhig 45 Minuten geben, dem ganzen Segment, meine ich, bei der Show, finde ich. Ja, ich meine 45 Minuten wäre eine Hausnummer, aber ich glaube. Also alles zusammen, mit Entrances und Post-Match, weil das Match ist halt richtig crazy. Du kannst daraus Post-Count-Anywhere machen, was auch immer. Das wird richtig heftig, das Match. Also erstmal muss ich sagen, ich weiß nicht, wann ich jemals ein Three-Way-Six-Man-Tag-Match gesehen habe. Ja, das stimmt, ja. Ich freue mich drauf. Es wird, wie du schon gesagt hast, ganz viel krasses passieren. Ich glaube, es wird ein super Match und also es muss ja der Main-Event der Show werden, weil sonst hauen sie sich für alles, was danach passiert, wahrscheinlich sich die halbe Show um die Ohren, weil danach wird Crowd-Technisch wahrscheinlich nicht mehr so unfassbar viel kommen, zumindest in dem Segment danach. Aber du hast halt so ein bisschen halt zwei Fliegen mit einer Klappe, weil du hast ja erstmal das Rematch natürlich zwischen House of Black und Elite. Du kannst aber trotzdem noch ein Jericho reinbringen, sodass du nicht nur so die, den Punkt von House of Black gegen Elite hast, sondern du hast halt auch nochmal Elite gegen JAS in Form von Omega gegen Jericho, sodass du das beides irgendwie einbauen kannst, ohne daraus jetzt viele verschiedene Segmente oder Matches irgendwie bauen zu müssen. Und auch um jetzt nochmal an dem Punkt auf Dynamite einzugehen, so heißt es, das Segment, als es auch angekündigt wurde, war auch einfach herrlich. Also ich bin nicht der allergrößte Don Callis-Fan, aber als er dann meinte, Jericho, wir wissen alle, du bist einer der größten Persönlichkeiten und Legenden in diesem Sport, aber du bist nicht mal der Beste aus Winnipeg und wenn ich in Form wäre, wärst du sogar nur Nummer 3. Und wer ist denn Nummer 1? Also er spielt ja damit auf Nummer 1 mit Omega an, auf Nummer 2 dann er selbst und halt 3 dann nur Jericho. Aber wo ist dann Roddy Piper? Das fand ich echt witzig, als ich das gelesen habe. Ja, hat er auch Roddy Piper angespielt oder auf? Nee, weil ja, ist Roddy Piper nur Nummer 4. Das wird einigen älteren Wrestling-Fans wahrscheinlich nicht so schmecken, aber ja. Also ich meine, das Segment aus der letzten Woche, also fand ich gut, man hat es kurz gehalten, man hat es angekündigt, Leute haben Bock drauf, es war dann noch unterhaltsam, weil Don Callis wirklich mal eine gute Rolle hatte, meiner Meinung nach, was eher die Ausnahme ist, aber das Match wird super. Wie gesagt, ich hoffe, sie kriegen viel Zeit, ich hoffe, das wird der Main Event. Ich glaube zwar trotzdem, dass der Titel da nicht wechseln wird, also bin ich mir so relativ sicher oder ich hoffe es zumindest, weil AEW wird sich vielleicht mal einen Gefallen tun, wenn ihre Titel, vor allem ihre nicht wichtigen World Title nicht so schnell wechseln würde, Hust-Hust, TNT-Title, aber das Match, das wird stark, also ich glaube, da kann sich jeder darauf freuen, weil da so viel drin sein wird, von Popcorn Wrestling zu eine Mega Crowd, es wird technisch super, weil du einfach neun Leute hast, die einfach richtig was können. Ja, schon, also das mit dem Titelwechsel, ich weiß ja nicht, das, klar, das wird nicht passieren in dem Match, aber selbst wenn, es ist ein Trios-Title, also, das ist wie TNT, das ist wie TBS, das ist wie All Atlantic, das ist mir so Latte, weil das sind so Sachen, gerade im TV Wrestling, du musst hier und da mal einen Titel wechseln, bei dieser Show haben sie es halt jetzt schon wieder gemacht, das fand ich ja auch ganz gut, weil du musstest halt etablieren, dass der Titel auch mal nach drei Tagen wechseln kann, das finde ich auch mal gut, ist ja auch nicht verkehrt. Dass man es dann nicht immer macht, das stimme ich dir auf jeden Fall zu, ist auch wichtig, aber ich denke trotzdem House of Black, also, die werden das Ding schon rocken, ich denke Brody King wird wieder jeden killen, da habe ich schon richtig Bock drauf, ich glaube der wird Sami und Garcia richtig da durch die Gegend werfen, das wird interessant. Ah ja, die hatten ja auch noch ein Match hier gehabt, MJS gegen Top Flight und AR Fox, das Match war auch sehr, sehr spaßig, AR Fox war wieder richtig gut, obwohl eigentlich jeder fand sich gut aussah an dem Match, und Jericho holt dann den Pin an Darius Martin, nachdem Helga eingegriffen hat, ja, aber ich denke schon, dass die nächste Woche eine halbe Stunde bekommen, also wenn es der Main event ist, ich denke schon, es wird bestimmt ein Dreisegment-Match im TV. Ja, also, ich hoffe es auf jeden Fall, also, was ist denn noch bei der Show, jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, Ankündigungen waren ja sonst noch, also wie gesagt, International Championship angekündigt, ähm, ja, du hast Blackpool Combat Club gegen Dark Order und Adam Page, ja, das wird ganz nett, aber, MJF feiert seine Bar Mitzvah, oder seine Re-Bar Mitzvah, und Jade Open Challenge, ja, Darby ist wahrscheinlich wieder da, aber das wird wahrscheinlich, kommen wir dann wahrscheinlich gleich drauf zu sprechen mit MJF-Zusammenhängen, schätze ich jetzt mal, und ja, das war es eigentlich auch schon an Ankündigungen, glaube ich, mehr gab es gar nicht, ja, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass Match-Technik da echt nichts mehr dazukommen, dass die hier echt lange Zeit bekommen, weil, ich meine, du hast Kenny und Jericho und Winnipeg und die Crowd wird richtig abgehen, also was ich so gehört habe, auch die letzten Tage, als Jericho immer in Winnipeg war, bei den WWE-Shows, war die Crowd immer für den so heftig dabei, und es ist ja Kennys erstes Mal, seitdem der, sagt jetzt mal, ein Star ist, dass er in Winnipeg performen darf, auch in so einer großen Arena, also, die werden da auch für ihn richtig heiß sein, und House of Lake ist sowieso ein cooles Stable, da sind sie ja sowieso gut dabei, die AEW-Fans, das wird super, also da freue ich mich drauf, das ist echt mal wieder so ein Dynamite-Match, wo ich sage, nach diesen Daniels-Matches so im Januar, wo ich sage, boah, da habe ich richtig Bock drauf, so eine Woche vorher. Ja, also grundsätzlich natürlich, die kanadischen Fans sind immer fantastisch, wenn sie irgendeinen Hometown-Hero haben, jetzt beispielsweise zuletzt ein Sami Zayn, aber auch in den letzten Jahren ein Edge oder so, also, die sind da immer komplett durch die Decke gegangen, und deswegen glaube ich auch, dass halt auch nächste Woche, beziehungsweise jetzt morgen, wenn ihr es hört, für uns übermorgen, dass da auch die Fans wieder voll mitgehen und dass es allein deswegen ein klasse Match wird und ich habe richtig Bock, aber ich, wo du das jetzt auf eine Stufe mit den, jetzt in deinem Fall, Daniels-Matches hebst, ich weiß nicht, ob ich vielleicht so weit gehen würde, aber zumindest wäre es nicht weit weg davon. Ja, ich finde es halt einfach, ich gucke mir die Karte an und sehe das Match und denke mir, boah, das wird geil. Und das hatte ich halt das letzte Mal bei den Daniels-Matches im Januar, als der gegen Rouge gerestet hat, Takesh da, und wer war es noch, Bandido, also das sind halt so, das ist halt für mich so als Wrestling-Fan, was ich so mag. Und auf sowas habe ich einfach Bock, weil das sind so viele Stars und das ist einfach ein Match, okay, das ist wie das 4-Way beim Pay-Per-View so ein bisschen vom Booking, ja, wir werfen einfach mal alle rein, so die besten Trios, dann auch uns, zwei unserer Topstars, die holen wir einfach mal rein, warum nicht, wird es schon werden. So wirkt das Match, aber finde ich okay, ist für eine Dynamite ganz nett, aber es ist halt auch nur kurzfristig, das ist halt das Ding. Das war halt so ein Aufbau für ein kurzfristiges Title Match nächste Woche, wo geht man danach hin, das war halt auch so ein bisschen meine Kritik, da hat man halt auch nichts, aber vielleicht kommt da ja die nächsten ein, zwei Wochen was. Mal schauen. Also ich hätte gesagt, sorry, wenn ich dich unterbrechen darf, also House of Black verteidigt das, also gewinnt das Match, verteidigt den Titel und ich glaube, dann hat sich das alles erstmal durch, ich kann mir nicht vorstellen, dass dann die JS groß um den Trios-Title irgendwie mitredet, Elite hat dann oder haben dann ihr Rematch verloren und ich glaube, dann werden sich wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Wochen weitere Herausforderer dann bilden. Noch eine Sache zu der jetzt letzten Dynamite-Ausgabe, das Einzige, was mir dann auch ein bisschen sauer aufgestoßen ist bei dem Match, also das wurde ja offensichtlich nur gebookt oder halt verwendet, damit die JS in dem Fall einen Trios-Sieg holen kann, um halt nochmal mehr diesen Titleshot zu legitimieren. Warum muss dann Jake Hager eingreifen mit dem Baseball-Schläger, weil Top Flight und Air Fox, die sind jetzt eh nicht dafür bekannt, also reihenweise Siege im TV zu holen, gibt doch einfach den JS einfach diesen cleanen Sieg, weil so wirkt es gerade wieder, wenn du mit zu viel Konsequenz und zu viel Logik rangehst, so als könnten sie nicht ohne Eingriff gegen Top Flight und Air Fox gewinnen und wenn sie das nicht können, dann werden sie auch definitiv nicht gegen House of Black oder die Elite gewinnen. Da stört es mich manchmal, dass Heal-Teams oder auch Heal-Singles-Wrestler zu oft diesen Eingriff brauchen, den sie gar nicht nötig haben, weil die JS allein durch Chris Jericho in einer ganz anderen Kader-Region steht, als es bei Top Flight oder Air Fox der Fall ist, brauchen meiner Meinung nach die Ablenkung nicht, ist jetzt kein Riesending, das Match war trotzdem gut und ich verstehe vielleicht auch irgendwo, warum sie es gemacht haben, der Sieg war dann halt da, damit sie in dieses Titelmatch noch besser reinkommen, aber lass es das doch einfach weg und gib uns einen cleanen Sieg und würde mir persönlich vielleicht noch diese nächsten 10% geben, dass ich dann sage, ja okay, war richtig gut. Ich glaube, in der Hinsicht würde dir japanisches Wrestling sehr gut liegen, weil dir machen die das relativ selten, also dass du, klar hast du da auch Eingriffe und auch mal einen Ref-Bump und so weiter, aber das hast du wirklich nur bei diesen einen krassen Heels, aber das war es dann halt auch, die restlichen Heels, die haben halt ihr Match gegen, die cheaten zwar im Match halt so mit Eye-Poke und nutzen halt die Seile oder irgendwas halt, halten die Submission halt für 4,9 Sekunden so ungefähr, das machen die halt da oder ja, keine Ahnung, gehen vielleicht auch mal ein paar andere Outsider drauf los, aber da ist es auch relativ clean oftmals, zumindest in, ich sage jetzt mal, 80% der Fälle und das ist halt im amerikanischen TV und gerade mit J.S., die sind halt auch ein Gimmick, da ist es halt mit Sports Entertainer und sowas, na das, ja, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall, ich hätte es auch lieber in einem Clean-Sieg gehabt, aber bei denen, das ist ja so ihr Gimmick, dass die halt schieben, um zu gewinnen, ne? Also verstehe mich auch nicht falsch, also klar, ich verstehe, warum, warum das passiert oder dass das auch zum Gimmick der J.S. passt, aber ich fände das vollkommen in Ordnung, wenn das die J.S. macht, um Sieg gegen ein Team wie Elite oder von mir aus Lucha Bros oder so zu holen, weil das dann Gegner sind, die auf einem Niveau sind oder tendenziell darüber liegen, aber Top Flight verliert, wie gesagt, fast jedes Match im TV, fast jedes und das sogar clean und wir reden über ein Team, beziehungsweise auch die Einzelwrestler davon, die, wenn man, die von mir aus super viel bei Dark und was weiß ich was gewinnt, aber wenn du von Rampage und Dynamite ausgehst, die man maximal der Midcard zuordnen kann, weil sie, wie gesagt, kein Match gewinnt, also sie verlieren ja nur, sie können zwar lange durchhalten, aber sie verlieren ja am Ende nur, das heißt, gegen Gegner, die in der Hierarchie unter dir liegen, verstehe ich den Eingriff nicht, wie gesagt, wenn das jetzt ein Top Team als Gegner gewesen wäre und du möchtest die nicht zu schlecht darstellen oder die irgendwie schützen, indem es halt nicht clean ist, klar, gar kein Problem, das ist Wrestling, das passt auch zu dem Team der JAS ins Gimmick rein, aber nicht gegen Top Flight und R.R. Fox, also... Ja, vor allem, weil Jericho den Pin geholt hat, Jericho ist ja eh der größte Star von allen, von daher, ja, in der Hinsicht verstehe ich dich absolut, also dadurch, dass Jericho den Pin holt, das hätten sie auch clean machen können, weil der hat schon für jeden clean besiegt, von daher, weiß ich jetzt nicht, hätte jetzt Sammy den Pin geholt, das war ja zum Beispiel bei Rampage dann, da können wir eigentlich auch kurz drauf eingehen, Action Andretti und Sammy Guevara hatten da auch ein Match im Opener, aber es war auch ein gutes Match, aber hat mich halt nur interessiert, weil das Match gab es vor zwei Wochen schon mal, oder letzte Woche, keine Ahnung, und das war halt genau dasselbe Match gefühlt, also es war irgendwie nicht viel Neues und am Ende gab es da halt den Eingriff und Sammy hat dadurch gewonnen, es ist halt Sammy Guevara, von daher, ja, klar, der war auch TNT Champion in Landes, aber der ist ja auch sehr abgeflacht die letzten Monate, von daher, ja, finde ich schon okay mit Action Andretti, dass man die so auf einem Niveau hält, das finde ich schon okay, aber bei Jericho, der ist ja auf einem viel höheren Niveau, was das Level angeht, Star Level angeht, im Gegensatz zu AR, Fox und Topfler, also da verstehe ich dich auf jeden Fall, was hätte man machen können. Ja, also um noch zu dem Rampage-Match was zu sagen, war wahrscheinlich wrestlerisch oder auch generell so mehr oder weniger das Highlight von Rampage und ja, um das Thema oder meine Aufregung darüber vielleicht ein bisschen wieder abzuflachen, in dem Match kann ich das voll verstehen, Sammy Guevara ist ein bisschen kalt in den letzten Monaten, weil er einfach keine sonderlich wichtige Rolle hat, Action Andretti hat letztens auch schon mal den Sieg gegen Jericho geholt. Aber dann alles verloren. Aber dann von mir ist auch alles verloren, klar, klar. Aber ich meine, Sammy Guevara ist jetzt auch nicht von den unfassbar vielen Siegen gesegnet. Also da kann ich verstehen, dass du ihn da unfair gewinnen lässt. Ja, schon. Weil wie du gesagt hast, dass man die auf ungefähr einer Ebene hält. Am Ende kannst du dann von mir aus trotzdem noch Sammy Guevara dann wieder hochbucken, weil er vielleicht auch schon ja, TNT-Title mal hatte und auch eine höhere Kartregion mal gewöhnt war. Und in dem Fall kann ich es verstehen, AR Fox und Top vielleicht kann ich es nicht verstehen, aber naja, wer bin ich schon? Ja, ich habe das halt bei Rampage nicht verstanden, weil ich habe gefühlt, dasselbe Finish im Kopf kam von ihrem letzten Match oder von einem Tag-Match. Ich glaube, da hat das Sammy auch schon mal Action Andretti besiegt. Ich check das einfach nicht mehr. Der hatte gegen Garcia auch schon ein Match. Das hat er zwar gewonnen bei Rampage. Ich blickte halt nicht mehr durch. Der hat gewonnen, verloren, dann hat er gegen jeden schon gerastelt. Jetzt macht man das Match nochmal bei Rampage. Der wird wieder gescrewt von Garcia und verliert deswegen wieder. Also macht man jetzt wieder ein Match gegen Garcia? Ich check es nicht, sorry. Das ist mir halt irgendwo zu random. Aber gut. Ja, das Erfrischende an AEW im Vergleich zu WWE ist halt immer gewesen, dass du bei vielen nennenswerteren Matches einfach einen ruhigeren Aufbau hast und nicht jedes Match fünfmal siehst. Das war halt immer das Schöne daran. Du hast halt gefühlt, Woche für Woche immer nur Matches gehabt, die du zum ersten Mal sehen kannst. Gerade, weil ja auch AEW viele Indie-Leute mit früheren WWE-Leuten dann irgendwie gegenüberstellen kann, sodass du halt ja auch wirklich diese Matches hast, die es vielleicht auch in anderen Companies noch nie vorher gab. Aber ja, J.S. Ja, ich habe das Gefühl, dreimal die Woche aktuell in einem Ring zu sehen. Das doppelt sich halt. Ich meine ja nicht, ich finde es ja nicht mal schlimm, weil das haben ja Leute immer kritisiert vor AEW damals bei WWE, dass jedes Match jede Woche kommt, gefühlt. Oder jede Paarung kommt jede Woche, nochmal. Das ist ja an sich, ja, an sich nicht verkehrt, wenn du jede Woche eine andere Story dazu hast. In dem Match, um das Match herum, das ist ja vollkommen okay. Das macht ja AEW zum Beispiel richtig gut, als jetzt Darby Allen zum Beispiel diese TNT-Title-Matches hatte im Januar, den ganzen Januar über hinweg. In jedem Match ein anderer Gegner, eine andere Story. Und auch wenn es derselbe Gegner wäre, hätte der jetzt, keine Ahnung, Joe jede Woche gerasselt, beispielsweise. Das wäre jede Woche ein anderes Match gewesen und jede Woche eine andere Story, vielleicht sogar um das Match, was man ja auch bei die Elite gegen Death Triangle gesehen hat. Da haben ja auch viele Leute gesagt, boah, jede Woche in Trios teilt es mich, zwischen den beiden selben Teams. Warum macht man das? Naja, aber ich war auch nicht einer der Einzigen, aber ich habe trotzdem vorher gewusst, die sind so kreativ, die beiden Teams, die 6-Näuter, die werden jede Woche ein komplett anderes Match machen. Das haben sie gemacht. Die werden ihre zwei, drei Schlüssels-Spots haben und dann aber immer eine andere Match-Story erzählen. Und das ist ja an sich mit Action, Jody gegen Sammy war ja ganz okay. Du hast ja auch gesagt, die haben eine gute Chemie, die haben auch hier wieder ein gutes Match geworckt bei Rampage, aber was mir dann wieder aufgefallen ist, es gab keine größere Story oder keine andere Story drum herum um das Match. Ich glaube, die hatten einen kurzen Brawl bei dem Jericho gegen Ricky-Match bei Revolution. Das war im Match, da hatten die mal kurz einen Brawl, kann das sein? Oder war das auch schon die Woche davor? Boah, ich kriege es nicht mehr ganz auseinander. Also ihr merkt es bei uns, wir wissen es auch nicht mehr, es ist alles so, irgendwie hat man das alles schon mal gesehen, aber dann weiß man nicht mehr, das zuzuordnen. Ja, jetzt macht man da wieder was, ich weiß es nicht. Naja, gehen wir zum nächsten. Und zwar apropos Ricky Sucks, der hat beim Pay-Per-View ja gewonnen gegen Chris Jericho. Ich dachte, er ist jetzt vielleicht wieder mal am Start für ein Titel-Match, aber Bullet Club for life ertönt in der Halle. Es gab einen Riesen-Pop, finde ich echt Wahnsinn, immer noch nach ich glaube jetzt fast zehn Jahren, im Mai werden es zehn Jahre Bullet Club, die es diese Fraktion gibt in Japan, beziehungsweise dann auch später dann weltweit. Und der gute Juice Robinson taucht auf, quasi gegenüber von der Stagekammer reingerannt, wie auch schon Jeff Jarrett davor. Also das ist so der Punkt, wo AEWs Roster vielleicht ein bisschen aufpassen muss, da müssen sie vielleicht mehr Security hinstellen, dass die nicht mehr angegriffen werden von dort. Irgendwie. Er kommt dann reingerannt und ja, es gibt diesen klassischen Standard-Angle für einen Aufbau und Juice ja, nimmt ihn da ein bisschen raus, ne? Und er wird wohl jetzt gegen Ricky Starks fehlen, finde ich. Cool. Ich bin jetzt mal gespannt auf deine Meinung, weil du hast Juice Robinson noch nicht so häufig gesehen, gehe ich mal davon aus. Ich bin sehr großer Fan von ihm, der hat den ganzen New Japan Dojo, den Noge Dojo durchlaufen, war vorher davor bei NXT, hat nicht funktioniert, dann war er im Dojo, hat sich da nochmal komplett reinvented, das heißt es auf Deutsch, neu erfunden, hat sich da komplett neu erfunden und ja, hat bei New Japan auch mehrere United States Championship Reigns gehabt, Tag Team Champion war er gewesen, war bei Impact letztes Jahr oder vor zwei Jahren, war eigentlich auch schon mittlerweile überall und ja, ist ein richtig, richtig guter Wrestler, bin mal gespannt, hat er dich irgendwie jetzt schon so ein bisschen überzeugt oder wie viel hast du gesehen von ihm bisher? Also ich habe nicht viel gesehen, ich meine er hatte ja schon, also sowohl bei NXT, wie du gerade gesagt hast, seine Auftritte, wo ich ihn halt dann mal sehen konnte, wenn halt natürlich auch nicht viel, trotzdem finde ich ihn gut und und ich glaube auch die Matches werden ohne jede Frage dann wirklich gut. Das Ding ist, also auch beispielsweise seine AEW-Auftritte habe ich natürlich auch schon gesehen. Das Ding ist für mich nicht viele, aber zumindest ein paar, also genug, dass man sagen kann, er kann was, also da kann man sich glaube ich ziemlich sicher sein, dass die Matches gut werden, ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil dafür fehlen mir halt einfach noch die Auftritte, vielleicht auch die ganz großen Auftritte, ich hatte sogar auch in dem Moment, wo die Musik und das Video des Bullet Clubs kam, habe ich auch, mein erster Gedanke war erstmal Jay White, der ja gerade immer noch gerade, ich glaube damit haben sie auch ein bisschen gespielt, ich glaube das wussten sie auch, weil es gerade eigentlich so ein bisschen stand es ja fest oder steht es fest unter der Hand, dass er zur WWE geht, deswegen war ich sehr überrascht, dass er auf einmal bei AEW erscheint, dann war es in Anführungszeichen nur Drews Robinson, ich finde es interessant, weil es auch eine Person ist, die ich gerne auch in Zukunft mehr sehen möchte, aber jetzt kommen wir auch zu einem kleinen Aber, Ricky Starks hat jetzt eine relativ also was heißt groß, aber eine längere Fede, eindrucksvoll und nachhaltig gegen die JAS gewonnen, mit Jericho einem früheren World Champion und jetzt wird er wieder in Anführungszeichen nur gegen Drews Robinson gestellt, jetzt haben wir entweder die Möglichkeit, auch da geht Ricky Starks wieder siegreich hervor und dann musst du irgendwann Richtung World Title wieder gehen oder er verliert jetzt gegen den Drews Robinson und dann verstehe ich nicht ganz oder was heißt nicht aber dann weiß ich nicht so ganz, was dieser krasse Push jetzt gewesen sein sollte, deswegen für mich wäre wirklich das Ideale, du ziehst das jetzt gegen Drews Robinson bitte nicht so lange, gibst dem vielleicht nächste Woche ein Segment und dann wird für in zwei oder drei Wochen ein Match angekündigt und dann gewinnt das Ricky Starks dann ist das wieder durch also es wirkte irgendwie so als wenn das ein nachhaltigerer Aufbau ist weil es war jetzt nicht einfach nur irgendwie ein Interview wo jetzt irgendwas angesetzt wird sondern es war ja wirklich für mich wirkte es halt dann so als wenn da wirklich eine Fede entstehen soll irgendwas längeres ich hoffe ich hoffe dass die Zeit am Mikrofon bekommen weil Juice ist eine richtig gute Promo also Ricky haben wir ja schon jetzt gesehen die letzten Monate der kann auch auf dem Niveau auf jeden Fall überzeugen und Juice kann das auch von daher deswegen für mich ich freue mich halt auf dieses Programm nur ich sehe deine Kritik absolut ist auch meine Kritik warum der hat jetzt gegen Jericho zweimal gewonnen clean einmal bei einem pay-per-view und hat diese fehle für sich entschieden und jetzt er wollte auch Richtung World oder angle und dann gibt es das match und dann war es das wieder und wirklich gewinnen aber ich glaube also ich glaube wenn du das zu lange ziehst worst case für mich du ziehst es wirklich bis Double on nothing und versuchst da was Großes zu machen aber das glaube ich nicht und ich hoffe es nicht aber dann schadest du ja gefühlt nur einem Ricky Star ich hatte jetzt schon gedacht du hast ihn jetzt aufgebaut und stellst ihn von mir aus nochmal gegen MJF oder irgendwie gegen Hobbs oder auch gegen Hobbs das wäre wahrscheinlich das logischste wenn man in der Storyline von denen noch bleibt und dann kannst du ihn von mir aus auch irgendwo mal verlieren lassen wenn es um irgendwie einen Titel geht aber jetzt stellst du ihm praktisch eine zweite Fede wo es erstmal prinzipiell um nichts geht außer von mir aus persönliche Differenzen aber das darf nicht zu lang gehen das hält den zu sehr unten weil einfach Juice Robinson hat ja für die für mich beispielsweise auch für die AEW Mainstream Fans also die nicht jetzt ihn irgendwie in Japan verfolgt haben der hat ja überhaupt kein Standing der kam jetzt vor man kennt den Namen man kennt das Gesicht man weiß dass er was kann aber mit Ricky Starks jetzt einen potenziellen Main-Eventer einen Juice Robinson gegenüber zu stellen das das darf nicht so lang gehen und da darf auf gar keinen Fall Ricky Starks irgendwie verlieren auch nicht durch Eingriff oder sonst irgendwas das muss der gewinnen also wenn du sagst Juice Robinson macht richtig gute Promos dann freue ich mich da auch drauf und ich glaube dass sie das zwei Wochen lang wirklich gut machen können aber dann muss das abgehakt werden also wenn sie die Chance bekommen oder wenn er die Chance bekommt dann auf jeden Fall weil bei New Japan klar vielleicht hast du auch schon gehört du schaust es ja nicht aber die machen jetzt keine innerigen Promos direkt wenn dann halt am Ende der Show der den Main Event gewinnt oder wenn jemand eine Challenge hat oder so dann ja aber ansonsten machen die bei New Japan zum Beispiel nur diese Backstage Comments nach ihren Matches kommen die halt da immer so vor eine Wand und reden einfach die Kamera also wie eine Mini-Pressekonferenz nur halt nacheinander weg und es geht so eine Minute oder zwei für jeden und er hält da eine kurze Promo aber da war der halt auch immer einer der Besten bei New Japan und das deswegen freue ich mich an sich drauf weil ich kenne ihn schon länger jetzt und weiß wie gut er ist aber ich verstehe auf jeden Fall den Kritikpunkt weil für die meisten AEW-Fans ist das halt irgendein Outsider oder ein Undercard oder irgendwas Mitcard im besten Falle noch der hat ja auch fast alles verloren bisher glaube ich als er bei AEW war von daher hat er ja kein Standing wie du gesagt hast und Ricky ist momentan kurz vor dem Main Event also verstehe ich jetzt nicht warum man den wieder in die Midcard schickt das war ja eben genau der Kritikpunkt den ich ja hatte nach dem MJF-Match den man ja zum Glück dann mit Jericho quasi komplett ausratiert hat das war ja perfekt man hat ihn gegen ein Main Event gestellt direkt danach und jetzt ja weiß ich jetzt nicht ich glaube das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt um das ein bisschen weiter zu fassen ein bisschen größer zu fassen an der gesamten Dynamite Ausgabe nämlich also ich liebe grundsätzlich habe ich auch schon immer die Ausgaben nach einem Pay-Per-View sei es AEW sei es WWE weil du dann immer wusstest okay das muss ich jetzt gucken weil jetzt werden die großen Fäden der nächsten Wochen und Monate halt eingeleitet aber bei der Dynamite Ausgabe war es so ein bisschen ich weiß bei vielem immer noch nicht wo es hinführt also auch jetzt in Richtung vielleicht weit gesagt Double or Nothing oder so MJF ist MJF ist gar nicht aufgetreten das heißt wir haben jetzt jemanden der ein unfassbares Main Event World Title Match gewonnen hat und er taucht nicht auf fand ich weiß ich nicht finde ich schwierig aber von mir aus ist noch okay kann man machen aber dass man dann selbst jetzt Ricky Starks gewinnt Magic King Jericho und der bekommt hoffentlich oder womöglich nur mit Juice Robinson wieder den nächsten Übergangsgegner und mir fehlt einfach so ein bisschen dieses wir haben ganz viele Geschichten und Fäden abgeschlossen bei Revolution aber diese neuen Geschichten haben irgendwie noch nicht angefangen also es ist als hättest du ein Auto beim Anfahren abgewürgt weil irgendwie ging es so ein bisschen weiter aber nach gefühlt 5 cm sind wir wieder stehen geblieben weil ja ich erkenne jetzt noch nicht so ganz wo irgendwas hinführen soll deswegen war es mir grundsätzlich in der Dynamite so ein bisschen zu wenig weil es mir so ein bisschen dieser der große Knall gefehlt hat dass ich sagen kann boah krass das ist in der in der Ausgabe nach Revolution passiert okay ich weiß und ich freue mich auf die also ich weiß was passiert und ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate aber das war so ein bisschen war halt eine Cola light ja ich hab mir ist gerade was eingefallen als du geredet hast wie man das vielleicht weil ich denke mir halt Ricky gegen Hobbs wäre halt das Logischste von den Teilen und da ist mir halt gerade eingefallen wieso hätte man nicht wenn man langfristig vielleicht das Match plant einen Stairdown oder die treffen sich Backstage irgendwie als Ricky zum Ring geht oder so das hätte man ja machen können dass die einen kurzen Stairdown haben und das reicht ja schon man teast was an und dann geht Ricky in den Ring und dann macht er seine Promo was kommt als nächstes und er hat seine Pläne und so weiter aber er hat sie dann doch irgendwie nicht und dann kommt Schuss und nimmt ihn raus und dann weiß man okay jetzt geht er erstmal gegen Schuss aber man hat so den Stairdown schon mal gemacht zumindest angedeutet dass es vielleicht mit Hobbs irgendwas geben könnte oder so und weil Hobbs ja eh den Tidal dann ja gewonnen hat im Main Event es passt dann irgendwie zusammen ich finde da fehlen was AEW am Anfang gerne gemacht hat in den ersten Jahren waren diese kleinen Nuancen irgendwie in den Shows ich finde die hat man nicht mehr so die auf was hindeuten einfach in Zukunft ich finde dass diese Show und da hast du absolut recht mit deiner Kritik das ist halt einfach sehr kurzfristig alles Ricky gegen Juice ist kurzfristig das Winnipeg Match ist kurzfristig ist aber vollkommen okay Orange gegen Jeff Jarrett Jay Eve diese Mini-Fede da ist auch kurzfristig das Match gibt es ja nächste Woche auch schon und ja MJF war nicht am Start da weiß man auch nicht was kommt der hatte halt hier eine Promo er feiert nächste Woche seinen Geburtstag ja schön aber da ich denke da wird halt dann erst was passieren entweder Jack Perry oder Davy Allen würde ich mal sagen ja ich glaube es ich hoffe es ich habe auch relativ lange mit Thorsten drüber geredet in der Ausgabe die nie erschienen ist über mögliche neue MJF Gegner und ich glaube auch ganz egal wer es jetzt genau sein wird sei es jetzt Jungle Boy sei es Darby Allen oder halt um weitere Gewinner von Revolution zu nennen die einfach gerade ein gewisses Momentum haben mit Hangman oder Ricky Starks keine Ahnung wem also für mich wäre so eine vielleicht auch ein bisschen ist es zu einfach gedacht aber Dynamite beginnt und dann vielleicht diesmal nicht mit einem Match sondern es kommt einfach MJF raus der einfach Reaktionen zieht der sich selbst dafür feiert dass er gewonnen hat weil du damit den direkten Übergang von Revolution er gewinnt und er beginnt die nächste Dynamite Ausgabe mit einem Face kratzt natürlich leichter weil der bekommt dann seine You Deserve A Chance ein Heal kann vielleicht von mir aus einfach nur ein bisschen die Crowd anfeuern dann hält er seine Promo wird unterbrochen von seinem nächsten Gegner oder vielleicht auch einfach angegriffen oder vielleicht einfach nur ein Stairdown irgendwas und du weißt sofort okay das ist die Richtung die wir einschlagen und sowas okay es ist wieder Mittwoch und wieder hat Orange Cassidy seinen Opener und danach da ist halt ja es ist einfach nicht so viel passiert ja das war für eine das war für eine nennt man es Fallout Ausgabe oder für einfach generell eine Ausgabe nach einem Pay-Per-View war es für mich zu wenig weil du kannst die fast eins zu eins auch in drei Wochen bringen und es wäre dir nicht aufgefallen dass es dass es erst in drei Wochen passiert ist und nicht direkt nach einem Pay-Per-View weil es da einfach so wenig Verknüpfungen gab oder irgendwie Punkte wo man drauf eingegangen ist wo man das Momentum nutzt wo man eine Richtung einschlägt ich glaube es ist jetzt deutlich geworden was ich sagen will ja vor allem man hat den den Pay-Per-View halt finde ich auch in der Show die haben zwar dreimal gesagt ja kauft das Replay aber dieser Pay-Per-View hat so eine krasse Kritik bekommen von so vielen Leuten der war ja auch richtig gut ich meine wir haben drüber geredet letzte Woche und ja ihr ihr beide also Thorsten und du ihr habt ja auch drüber geredet und so weiter wo die Zuschauer das nie hören werden aber ich meine es war wirklich eine der besseren AEW Pay-Per-Views der letzten Jahre von daher das haben sie halt auch überhaupt nicht verkauft bei der Show so richtig ja MJF hat sein World Title verteidigt in 65 Minuten ja war ein hartes Match aber ja nächstes Segment dann kommt Daniels mit einer Promo einfach eine mega Promo diese ganze Storyline es war überragend dass er halt getappt hat weil er halt in diesem Moment sich gedacht hat wer stellt sich selbst über seine Familie so eine geile Promo so eine geile Storyline was macht man danach Excalibur sagt ja sehr harte Worte von Daniels aber wir haben als nächstes so dude das war ja World Title Match come on das war eins der besten Matches der AEW Geschichte und kein Rückblick so richtig kein riesen Talking Segment oder so ich weiß nicht irgendwie das hat mir einfach da nicht geschmeckt das war so meine große Kritik man hat den Pay-Per-View unter Wert verkauft sehr unter Wert verkauft und dann waren die Promos und Engels alle größtenteils nur kurzfristig ja weiß nicht die Danielson Promo war ein Highlight fand ich aber die hat man halt null over gebracht also na gut der geht auf jeden Fall erstmal nach Hause also wenn du wenn du ein MJF nicht bringen willst aus irgendeinem Grund auch immer dann nimm einfach diese Danielson Promo weil wie du gesagt hast sie war richtig gut aber dann stell ihn in den Ring und lass ihn mit den Fans interagieren und er würde einfach diese unfassbare Reaktion ziehen und lass ihn dann einfach nach Hause gehen lass ihn dann einfach unter Tränen oder was weiß ich was einfach dieses Mikrofon hinwerfen und ihn einfach gehen aber dann nutzt das Match doch um den Fans vor Ort richtig was zu geben und damit auch den Fernseh zu schauen weil du hättest auch diese Promo einfach zwei Minuten länger noch machen können und du hättest einen super Angle in der Show gehabt und so war es einfach nur halt ein Video was ja nach dem Match an dem Pay-Per-View noch aufgenommen wurde wirkte zumindest so aber das war das war zu wenig dafür dass dieses Match so lang und so gut und so wichtig und so eindrucksvoll war dass du es einfach nicht nutzt ja genauso beim Texas Def zum Beispiel hier hatten wir ich glaube was hatten wir hier ah ja genau Dark Order also John Silver Alex Reynolds gegen John Moxley und Claudio Castagnoli das war auch ein solides Wrestling Match aber niemanden hat es gejuckt weil jeder wusste dass Blackwood Compa Club gewinnt so von daher und die waren halt die Yields im Match von daher war das eh relativ egal Moxley war wieder awesome mit seinen ganzen Submission Holes der hat da geführt drei verschiedene Chokes benutzen dem Match am Ende auch oder nach dem Match das war richtig cool ich freue mich dass die jetzt hier turnen irgendwie weil es gibt denen halt nochmal einen neuen Edge gerade halt Utah und Claudio das finde ich eigentlich ganz cool Mox ist ja sowieso schon immer so zwischendrin irgendwie der wird halt gefeiert für alles von daher kann der jemals wirklich hier turnen ich weiß es nicht aber das wird schon cool das Ding ist die Hangman Promo die es auch noch gab bei dieser Show da habe ich schon gedacht okay jetzt ist es vorbei mit Mox aber dann kam der hier trotzdem raus und hat ihn safe gemacht und nächste Woche gibt es einen Sixman Tag mit Hangman und Mox auch im Match drin Texas Def halt irgendwie komplett ich will nicht sagen in den Sand gesetzt aber diese Post Show jetzt hier dieser Post Show Angle nach Revolution mit dem Segment also geht es jetzt weiter oder was machen sie da jetzt machen sie eher Hangman gegen Claudio aber das kann ich mir auch nicht vorstellen weil ja Eddie Kingston anscheinend gegen Claudio eintreten wird bei Ring of Honor also ich check's nicht ich check's nicht ich hätte auch wirklich in dem Moment die Augen nicht mehr rollen können als ich es getan habe ja es ist das Einzige was dem ganzen Krone aufgesetzt hätte wenn der Blackpool Combat Club nicht clean gegen Dark Order gewonnen hätte sondern durch einen Eingriff das das wäre das Einzige was mich noch mehr auf die Palme gebracht hat ich ich verstehe es nicht ich verstehe nicht warum du Texas Deathmatch hast und jetzt geht der ich hätte fast gesagt der Quatsch aber es war ja gut ich werde es jetzt nicht abwerten oder jetzt irgendwie da härter draufhauen als notwendig aber ich verstehe es wirklich überhaupt nicht und ich meine ich habe schon ein paar Mal gesagt ich bin wirklich nicht der größte Moxley Fan und ich brauche es nicht ich will es nicht ich weiß nicht warum man also Hangman seit Jahren in diese On-Off-Beziehung mit Dark Order irgendwie gibt und ne sorry aber brauche ich wirklich nicht also im Vergleich also da freue ich mich ja schon mehr auf Orange Cassidy gegen Jeff Jarrett und darauf freue ich mich schon nicht aber ich brauche diese Six-Man-Tag-Team-Match nicht es ist mir vollkommen egal am Ende wird wahrscheinlich doch sowieso einer von der Dark Order oder so den Pin einstecken also definitiv nicht Hangman und definitiv nicht John Moxley und ich befürchte dass die ganze Geschichte zwischen denen noch länger gezogen wird obwohl man ja gerade schon wirklich nicht schlechtes Ende gefunden hat und ich für mich persönlich gehofft habe dass man Moxley jetzt einfach mal in den Urlaub schickt und lasst ihn nach einem halben Jahr wiederkommen dann freue ich mich vielleicht mal ihn zu sehen aber ja das Problem ist jetzt hat man ja Danielson schon weggeschickt ja keine Ahnung ich sag mal so das Positive an diesem Heel Turn und an Danielson als Babyface ist halt die sind alle in dem BCC drin aber wenn Danielson zurückkommt und fädet gegen alle drei nacheinander boah wäre das geil allein die Matches die du da hättest gegen Utah gegen Claudio gegen Moxley boah also da hätte ich schon Bock drauf also wenn sie das machen gerne was man mit Hangman halt macht für mich sollte Hangman einfach Richtung World Title gehen Richtung Double aber wenn man den jetzt wieder so parkt zwischendrin naja ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht also ja keine Ahnung ich weiß nicht wo man damit hin will also es wäre ganz komisch wenn das auf einmal das Ende dieser Geschichte wird ich hätte auch gesagt Hangman wäre für Double oder Nothing der perfekte Gegner weil du hast einen Face der ein wirklich großes Match gewonnen hat du hattest noch nicht noch nicht dass ich es gerade im Kopf wüsste Hangman gegen MJF mal in irgendeinem nennenswerten Match gehabt ja das gab es um den ersten Dynamite Diamond Ring damals ah ok aber das war halt auch schon lange her aber das ist zu sehr vergessen ähm du hättest einen perfekten Gegner gehabt aber ja nee komm sorry ich weiß auch nicht irgendwie hm weiß nicht und Hangman hat eh noch die Story aus seinem letzten World Title Match dass er halt da ausgenockt wurde also das kann man da ja auch wieder mit reinbringen der hat ja nicht er wurde ja er wurde zwar besiegt in dem Sinne aber ja via Knockout ist halt ja wie soll ich nur sagen jetzt nicht er wurde nicht gepinnt er wurde nicht hat nicht aufgegeben er wurde nicht von einem besseren Mann in dem Sinne besiegt sondern der eine hatte einfach einen harten Arm gehabt in dem zu harten Arm mit der Lariat so weiß ich jetzt nicht also da hat man auch noch eine Story theoretisch mit dem World Title von daher hat mich das echt gewundert dass man hier wieder zurück geht zu Moxley obwohl man vorher in der Show mit Hangman gesagt hat nee was John Moxley angeht bin ich fertig ja toll nächste Woche resten sie wieder ich check's nicht naja eines der für mich ja in der Theorie Highlights in der Umsetzung habe ich trotzdem meine Kritikpunkte und zwar gab es diese ganze Ruby Soho Sache zwar hatte die eine Promo gehabt und danach ein Match gegen Sky Blue das Match war okay aber das Problem ist halt mit Sky Blue die wie auch mit Top Flight zum Beispiel lustigerweise ist die auch mit einem von denen zusammen glaube ich zumindest und die verliert halt auch die ganze Zeit im TV von daher ja nimmt auch keiner ernst die machen halt auch nichts relevantes mit ihr das ist halt so das Ding die verliert halt im TV nur die hat keine Promos kein gar nichts obwohl die eigentlich echt keine schlechte Workerin ist und die ist auch noch mega jung die ist irgendwie 20 oder so warum pusht man die nicht mit Jungle Boy hat man's auch gemacht warum pusht man die nicht ich check's nicht naja äh was wollte ich sagen genau das Match war okay die Promo vorher bin ich jetzt mal auf deine Meinung gespannt ich fand die Promo an sich von der Delivery also von der Übertragung oder von der Umsetzung ganz nett und es hat auch vom Inhalt her irgendwo alles Sinn ergeben aber ich hasse das wenn hier jetzt nach einem Healturn die Fans beschuldigen dass sie hier getürnt sind weil ich finde das ähm überträgt quasi den ganzen Heat an die Fans anstatt auf die Babyfaces gegen die sie getürnt ist wenn du weißt was ich meine oder wenn ihr wisst was ich meine weil eigentlich müssten ja jetzt die Fans ihr Payback nehmen ihre Revanche nehmen und auf Ruby einschlagen oder so weil die Fans sind ja wütend auf Ruby aber nein es müssen Britt und Jamie ja machen von daher warum sind Britt und Jamie Hater nicht der Grund warum Ruby turnt warum sind das die Fans das ist halt das ist so mein Kritikpunkt davon oder dabei und ähm das finde ich halt schade dass man den Heat quasi von Britt und Jamie wegnimmt und auf die Fans schiebt weil die Fans können halt ihre Revanche ja nicht bekommen gegen Ruby von daher äh an sich vom Inhalt her komplett okay und vom äh von der Umsetzung her aber ich hab trotzdem so meine Kritik mit der ganzen mit dem ganzen Konzept sagen wir es mal so dass man halt als Heal frischgebackener Heal dann die Fans immer beleidigen muss äh weil die einen nicht supportet haben oder so ja ja und toll das finde ich nicht ja vor allem also was ich halt erstmal nicht also was ich grundsätzlich komisch fand wo ich dir auch voll und ganz zustimme wir reden über drei Frauen die bei ihrem Comeback wirklich gute Reaktionen gezogen haben besonders für die für die AEW Frauen Division war das vollkommen in Ordnung bis wirklich eindrucksvoll das heißt sie hatten ja die Fans hinter sich und ein Punkt den ich zumindest interessant fand auf den ich einen viel größeren Fokus gelegt hätte sie hat ja auch gesagt bei Toni Storm war es so dass sie ja nicht mal zur AEW Women's Championist genannt wurde sondern sie war nur Interims aber dann baut das doch ganz anders auf nach dem Motto ja sie war ja nur Interims weil sie eine Ex-WWE-Frau war und mach darauf den größeren Fokus Tereya kannst du nicht so sehr fokussieren weil sie ist nicht lange da hatte gefühlt vorher ein oder zwei Matches hatte vorher auch wirklich gute Reaktionen gezogen und komplett selbst gewählte Heel-Turns bei Toni Storm und Saraya das war jetzt nicht so als wenn sie von den Fans ausgebucht worden wären weil die Fans da was gegen haben sondern weil sie halt einfach als Heel agiert haben und deswegen ihre positiven Reaktionen negativ wurden das heißt wenn du jetzt in dem Fall hingehen möchtest und eine Ruby Soho in den Ring stellst eine Promo halten lässt warum sie das getan hat dann zieh es doch anders auf nach dem Motto ich hab zwar gute Reaktionen bekommen hab dann aber das eine Match verloren das andere Match verloren und weil ich nur eine Ex-WWE-Frau bin wurde ich dann nicht mehr in dieses und jenes Match reingebuckt und wurde fallen gelassen und AEW sorgt sich ja nur um ihre Homegrown Talents und was weiß ich was und wie du eben gesagt hast lass sie nicht gegen die Fans agieren sondern lass sie halt dann gegen sei es dann Britt Baker und Jamie Hater oder sei es von mir aus auch AEW oder Tony Khan und und es und es damit irgendwie erklären lass sie sich so gesehen selbst darstellen als als Worker oder Talente zweiter Klasse weil sie außerhalb sind und so behandelt werden von AEW selbst hätte ich besser gefunden weil du einfach mit Tony Storm als Interims Champion so war ja noch den natürlich war es nicht deswegen so aber es war ja zumindest so dass sie ja nur Interims Champion war und legt darauf den Fokus lass AEW so gesehen dann aus der Heels Sicht die Bösen sein und aus Faces Sicht kannst du natürlich AEW beklatschen lassen weil sie halt in der in der Situation die Faces sind aber ich ich bin beide ich verstehe nicht warum die Fans die Bösen sein sollen weil wie gesagt sie haben ja alle drei super Reaktionen bekommen zunächst und haben halt dann besonders Ruby So einfach ihre großen Matches verloren wurden dadurch kalt aber ich fand es auch dass es gut rübergebracht war die Promo an sich war gut ich verstehe nicht ganz was Ruby So mir jetzt irgendwie sagen möchte ja das ist halt das Ding weil der Heat ist einfach komplett falsch verteilt und ja ich muss aber dazu sagen positiv sie fügt dieser Gruppierung schon was hinzu ich mag die Storyline bisher trotzdem nicht in der Theorie ist das alles wunderbar aber die Umsetzung haben wir auch glaube ich schon mal gesagt die letzten paar Wochen in einem Podcast die Umsetzung ist einfach nicht gut und mit Ruby ich finde es okay dass die dabei ist ist eigentlich eine positive Sache weil die gibt dem der Gruppierung ich glaube die heißen sogar Outcasts glaube ich sogar mittlerweile offiziell die gibt ja schon eine gewisse ja ich will nicht sagen Vollendung aber es ist schon es gibt eine gewisse Festigkeit irgendwie dieser Gruppierung mit Tony und nur Sarea es war ja so ein bisschen Kindergarten aber so jetzt zu dritt wenn sie da rauskommen das sieht schon nach was aus nach was Festerem aber man hat auch bei Rampage gesehen dass die dann rauskam im Main Event was war das denn überhaupt also null Reaktion ähm und dann kam auch keiner für Riho raus für den Save also ich weiß ja nicht ne ach ne ich will ja also bei Riho wo gerade der Name gefallen ist ganz interessant dass jetzt auf einmal wieder viele Matches gewinnen darf und auch häufiger auftritt ich also die Idee hatte ich auch schon mal Thorsten gepitcht dass man theoretisch wenn du jetzt ja langsam die Fraktion also was heißt langsam du hast jetzt die Fraktion die man theoretisch noch weiter aufbauen könnte das heißt bald könnte man theoretisch wieder ein Blood and Guts Match machen da hat man jetzt gerade die Fraktion aufgebaut du hast gerade ein 3 gegen 2 mehr oder weniger aber ganz viele Namen schon genannt sei es jetzt Chris Deadländer sei es jetzt ein Willow Nightingale sei es von mir ist auch eine Reho die du halt alle auf die Face-Seite stellen kannst und auf der Heel-Seite ich meine wenn es von einer Sache genug wahrscheinlich gibt es sind es Ex-WWE-Frauen jetzt hast du gerade bei New Japan noch eine Sasha Banks also eine Mercedes Monet die du theoretisch auch für diesen einen für diesen einen Match auch mal zur AW bringen könntest und du hättest mit wirklich guten und talentierten Frauen ein mögliches 5 gegen 5 Blood and Guts Match wo du sagen kannst das ist unser erstes Frauen Blood and Guts Match und das wird richtig gut vor allem weil die Frauen ja auch schon vor also einzelne von denen vor ein paar Wochen ja auch gezeigt haben wie gut ein Frauen Hardcore Match bei AEW sein kann und das fände ich irgendwie cool wenn man damit hingeht also in die Richtung damit könntest du sogar noch eine Jade Cargill einbauen die zwar ein Heel ist müsstest du auf die Face-Seite stellen aber kannst ja zumindest sagen okay für die Ehre von AEW mache ich das jetzt und du würdest sogar mal eine Jade Cargill interessant machen was aktuell ein Ding der Unmöglichkeit ist ja doch ist es schon es ist schon möglich wenn die dabei wäre das wäre cool weil die die brauchst du nicht mal turnen die haut einfach ihre Bitch-Promo raus gegen eine von den Heels das reicht ja schon kriegt ja eh Pops dafür ja also das lässt sich ja ganz einfach aufbauen und ich fände es mal cool weil du dann mal in eine andere Richtung gehen würdest anstatt dieses wir nehmen jetzt einfach die nächste Frau von dem Heels-Dable und die kann man gegen Jamie Hayter stellen das verkauft sich schon irgendwie und am Ende sind es ja nur die Frauen bei AEW die kannst du in den toten Spot hängen und die haben wir da weil es irgendwie ein Titel ist und der vielleicht mal irgendwie wertvoll war sondern du kannst mal richtig hingehen und sagen wir haben Long-Term Booking wir haben zwei Fraktionen wir haben richtig gute Frauen die dir ein super Match abreißen können und denen geben wir dann diesen großen Spot geben wir dieses Blood & Guts Match und du kannst die richtig richtig worken lassen richtig hardcore worken lassen glaube nicht dran ich glaube es wird einfach nur dieses okay Jamie Hayter verteilt ihr als nächstes gegen Saraya Jamie Hayter verteilt ihr als nächstes gegen Toni Storm und irgendwann verläuft sie das im Sand aber das wäre meine Hoffnung zumindest naja was ich ja hoffe dass weil Reho jetzt ja gefühlt jede Woche zwei Matches gewinnt ich hoffe dass die ein Teil der Match bekommt gegen Jamie das wäre cool beim TV und jetzt hat man die ja mit reingebracht in die Feder also in diese Outcasts gegen Homegrown Tendenfeder durch den Angle nach dem Main Event von Rampage als sie gegen Nyla Rose angetreten ist ein Rematch von den ersten beiden AEW Titelwechsel sagen wir es mal so war bei der ersten Dynamite und ich glaube dann irgendwann im Februar war das oder März nee im Februar im Februar dann 2020 quasi kurz vor Corona ist der Titel dann nochmal gewechselt da gab es das Rematch ja war hier dann quasi das dritte Match der beiden glaube ich insgesamt müsste glaube ich so sein das dritte Match und hier auch im Main Event ja und danach hat man eben den Engel gebracht nachdem Riho gewonnen hat ohne Reaktion also die kamen wirklich ohne Reaktion raus haben da Riho wieder voll gesprüht mit irgendwelchem Paint und dann war die Show einfach vorbei ja schön Riho ist jetzt auch mit dieser Storyline drin ich kann mir die halt nicht vorstellen im Platt und Guts aber wahrscheinlich ist das das Coole dabei genauso wie Jade Cargill ich kann mir die halt nicht vorstellen im Platt und Guts aber aber hey dafür sind dafür ist es ja da für diese Sache ist Wrestling da dass die einfach alle mal es steht dir mal vor du hast Riho und Jade Cargill im selben Team bei Platt und Guts das passt irgendwie nicht zusammen aber das wäre halt sowas es ist wie das Trios Freeway Match mit all diesen Leuten es wird einfach witzig und unterhaltsam weil ich mir das einfach überhaupt nicht vorstellen kann wie das funktionieren soll aber es wird irgendwie klappen also ich wäre wahnsinnig neugierig wie man es machen könnte aber wie gesagt ich glaube noch nicht daran dass sie es machen weil ich noch nicht sehe dass AEW ihrer Frauen Division wirklich mal diesen ganz großen Spot auch gibt deswegen ich bin gespannt wo es hingeht ich fand das Segment jetzt in der Gesamtbetrachtung von Ruby Soho nicht besonders besonders Donne weil ich es einfach nicht ganz verstanden habe wie wir ja gerade schon beide gesagt haben Riho gegen Nyla Rose okay gut war halt eine Wiederholung klingt zu negativ aber war halt erneut das Match wo halt schon zweimal der Titel gewechselt oder vergeben wurde und danach war das wirklich also vollkommen egal was die Outcasts dann gemacht haben und ich glaube es wird nicht gut ich befürchte einfach in den folgenden Wochen wird das was passiert nicht gut obwohl es bisher schon viel Potenzial gab was meiner Meinung nicht ideal genutzt wurde und in Zukunft auch nicht genutzt werden wird ja dann kommen wir noch zum Main Event von Dynamite das war ja der der Titelwechsel und zwar um den TNT Teil da gab es ein False Count Anywhere Match hier gab es vorher die Story dass Wardlow's ja Wardlow's Mietwagen eingebrochen wurde hat er auf Social Media gepostet da wurde seine Gear gestohlen da wurde sein TNT Title Belt gestohlen und ja der hat dann quasi mit FTA T-Shirt gerestet oder zumindest war er in der Promo ich habe es gar nicht in einem Match so genau gesehen weil die haben nämlich Backstage gestartet in dem False Count Anywhere Match das Match war solide aber ich muss ganz ehrlich sagen nichts was man gesehen haben muss also war halt da und ja am Ende sind sie halt in der Arena sind dann aber nicht im Ring zum Finish sondern auf der Stage bei den Kommentatoren und da greift ausgerechnet Cutie Marshall ein und kostet quasi Wardlow das Match es gibt eine Double Powerbomb gegen Wardlow durch diese Stage Plattform und Wardlow kann dann halt nicht mehr aufstehen und es gibt den Ten Count und das war's und Hobbs ist neuer TNT Champion also an sich von von der Entscheidung Booking Entscheidung Hobbs hier overgehen zu lassen absolut richtige Entscheidung in seiner Heimat ganz klar wie man es gemacht hat verstehe ich überhaupt nicht Wardlow muss finde ich jetzt mal einen kompletten Remake bekommen vielleicht sogar mit einem Heerturn weil das hat ja also seitdem der den TNT Teil der hatte letztes Jahr ist das komplett nach hinten losgegangen das Projekt der war so over gegen MGF naja und dann hat man du es gerade schon gesagt also wir haben mit einem Wardlow von einem halben Jahr jemanden gehabt der innerhalb von was weiß ich gefühlt 30 Sekunden aber wahrscheinlich waren es am Ende 2 Minuten oder so gegen unseren aktuellen World Champion gewonnen hat und seitdem da lief nicht mehr viel jetzt verliert er den Titel gegen Powerhouse Hobbs ok es gab den Eingriff aber weder zieht für mich Wardlow also was heißt für mich er zieht keine Reaktion oder nicht die die er immer hatte und er wurde gerade irgendwie nach unten gebuckt weil ich weiß noch wir waren uns beide sicher dass es für Wardlow halt Richtung World Title zumindest mal vorübergehend gehen muss also den nicht gewinnt von mir aus aber dass er aber zumindest halt den Shot bekommt einfach weil er gegen MJF so deutlich gewonnen hat und jetzt war er zweifacher TNT Champion es war unfassbar belanglos jetzt hatte er drei Tage diesen Titel gehabt Kreuzfeld Powerhouse Hobbs alles in Ordnung dass er jetzt diesen Titel bekommt aber boah junge Wardlow ey sorry aber er ist mir vollkommen egal also wenn er jetzt ein halbes Jahr nicht vorkommt wird es mir wahrscheinlich kaum auffallen und er wurde gerade irgendwie Richtung Midcard gebuckt und sieht jetzt keine Reaktion hat nicht mehr dieses Standing seit einem halben Jahr ja schon ja ja aber jetzt das ist halt das Ding ich meine die planen das ja langfristig dass Wardlow irgendwann den Titel gewinnt also der TNT Title das war glaube ich auch nur eine Frage der Zeit und MJF war ja sowieso klar dass der den Titel gewinnt das war wahrscheinlich eher gedacht halt von Punk dann war ja im Endeffekt dann von Moxley aber wenn man das so plant dann wäre doch die erste Fede wenn MJF World Champions ist mir relativ egal ob Wardlow TNT Champions ich mach Wardlow gegen MJF das ist doch die logischste Fede die du als erstes machen kannst für also für das TV dann ich sag jetzt mal eben im Januar dann halt ne das weil du hast ja das Revolution das waren ja dann halt wie lang von dem Ricky Starks Match das Ricky Starks Match war im Dezember ne glaube ich ja genau man hat trotzdem irgendwie ja zweieinhalb Monate Zeit gehabt also da hätte man zwischendrin auch noch das Wardlow Match machen können weil du kannst ja später wenn Wardlow verliert wenn MJF hat ja eh gecheatet bestimmt du hättest ja eh später ein Rematch machen können ist ja kein Problem du hast ja da immer das Rematch aber dass man das ja man kann es ja gar nicht mehr machen Wardlow ist so kalt der müsste hier turnen MJF ist auf einer ganz anderen Sphäre momentan äh finde ich schade weil das hat man sich so verbockt irgendwie mit dem ganzen TNT-Teil weil ich hab's letztens ähm in einem Interview gehört und zwar äh von Bully Ray ähm mit äh Chris Van Vliet also ich weiß nicht ob dir Chris Van Vliet was sagt das Interview hab ich sogar gesehen ganz zufälliger okay dann weißt du sogar worüber ich hinaus will weil er hat einen sehr interessanten Punkt gesagt der mich zum Nachdenken gebracht hat als sie den im Sommer gegen Orange Cassidy gestellt haben den TNT-Teil war's für ihn vorbei er hat Bully Ray gesagt he's screwed weil Orange Cassidy ist ein beliebterer Babyface und der hat eine gewisse Art von Match die er halt worken muss und Wardlow das hat halt nicht funktioniert mit dem Gimmick was er damals hatte weil er war ja so quasi der Goldberg von AEW und ja der hätte einfach die Leute alle killen müssen ne und das hat er dann teilweise nicht gemacht und dann hat man's wieder versucht jetzt ein halbes Jahr lang dann kam die Scheißfehle mit Joe die jetzt am Ende zumindest nach Halvix okay war aber ja Wardlow ist trotzdem nicht mehr da wo er war im letzten Mai und das ist halt echt schade Wardlow brach Wardlow brach komplett rundum Erneuerung also wo du grad schon gesagt hast oder wo wir grad auch schon drüber geredet haben mit möglicher Richtung World Title also diese beiden also die zweite Regentschaft war jetzt super kurz aber auch die erste Regentschaft hat mir sowas von gezeigt dass Wardlow aktuell überhaupt kein World Championship Material ist also also dem wurden jetzt die Haare kurz geschnitten und der sieht sehr viel ungefährlicher mit kurzen Haaren aus als es vorher war meine Meinung subjektiv kann jeder für sich selbst entscheiden aber Wardlow als Face hat natürlich bis MJF funktioniert ab dann irgendwie nicht mehr also wenn ich noch einmal Wardlow's World höre bitte entfernt diese Bezeichnung aus jeder Show das klingt wie das Bälle Paradies im Ikea ganz 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 schlimm bitte nicht und er ist wirklich nicht schlecht im Ring er hat eine er ist ein absolutes Powerhouse kann aber dir trotzdem auch die Spots vom Top Rope geben also das ist ja alles vollkommen in Ordnung die Powerbomb Symphony war over wie sonst was aber das ist ja gerade gar nichts ja man hat es so lange gezogen das ist halt das Ding der hätte sofort eigentlich gegen MJF gehen müssen als er den Title gewonnen hat klar hat Ricky Starks dann das Turnier gewonnen aber das hätte man vielleicht auch anders dann machen können weil im Nachhinein klar ist man immer schlauer und man selbst als Fan weil man selbst als Fan auch aber ich habe mir damals halt auch nicht so das so krass gedacht aber jetzt im im Rückblick denkt man sich echt der war so krass over hat den Titel gewonnen hätte den Titel ein halbes Jahr einfach hätte der Leute killen können aber nicht von Juni bis wie lange war der jetzt Champion bis Dezember bis Ende Dezember als Joe dann den Titel gewonnen hat oder war das war das nicht an Fulgier dann war es November okay ja das war einfach also es war na gut das war eigentlich auch ein halbes Jahr aber irgendwie man hätte es einfach besser machen können aber gut hinterher ist man immer schlauer jetzt das mit Hobbs ich freue mich dass der Champion ist endlich macht man was mit ihm was Handfestes aber ich weiß nicht was ist mit QT so anscheinend soll es da jetzt Klärung geben bei Dynamite ich bin mal gespannt ob da was kommt ich will jetzt noch nicht zu sehr urteilen was das angeht weil vielleicht machen sie was cooles draus wie gesagt wir haben ja heute schon sehr oft drüber geredet über vielleicht eventuell Ricky Starks dass der dann in Zukunft bei Double or Nothing ein Challenger wird und was hier die Story mit Hobbs wird mal schauen da müssen wir abwarten aber mir hat es nicht so zugesagt QT Marsha ist halt auch jemand der ja nie im TV ist der nie irgendwas gewonnen hat der selbst bei den AEW Fans ein Standing hat von Dark Elevation das ist halt ja weiß nicht macht mich nicht heiß genauso wie AEW Rampage hat mich auch nicht heiß gemacht ich habe es kurz vor der Aufnahme hier heute geschaut nach der Arbeit noch schnell ja weiß nicht so viel gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen Andretti gegen Sammy haben wir schon angesprochen den Main Event mit Rio gegen Nina Rose haben wir angesprochen es waren zwei so viele Matches aber jetzt nicht so was man gesehen haben muss Acclaimed durften noch Jack Hartwheel und Starboy Charlie wegsquashen du hast die bestimmt noch nie gesehen ne ne aber das Match hat eine Minute ungefähr gedauert deswegen habe ich sie auch immer noch nicht so viel gesehen das fand ich so schade das sind zwei Leute die haben vor also die letzten beiden Jahre bei GCW bei der Indie Promotion und bei Rest Coast Pro und überall eigentlich im amerikanischen Indie Bereich so abgerissen ich glaube nächste Woche oder diese Woche bei Dark ich weiß nicht genau ähm gab es auch Cardwheel gegen Takeshda es ging auch nicht lang irgendwie nur so fünf Minuten aber ähm soll anscheinend auch richtig gut gewesen sein ich weiß nicht die können halt so viel mehr ne Cardwheel und Starboy Charlie also glaub mir das sind richtig gute Leute auch noch jung vor allem Starboy Charlie der ist irgendwie erst 19 oder so das ist halt richtig nice aber gut fand ich ein bisschen schade ich hab es gab einen Pop von mir als ich die gesehen hab weil ich hab die sofort erkannt und gegen Acclaimed ja das könnte echt was werden ne vielleicht kriegen sie ja sogar drei vier Minuten aber nein so ist es nicht ich find auch die Storyline mit Acclaimed und 2.0 was man dann danach gemacht hat auch nicht so geil war ja auch irgendwie nichts Acclaimed werden geschoolt aus den Tag Team Titles was nur ein Setup ist für FTA gegen Guns also ich versteh das Booking einfach nicht mehr von AEW teilweise ist mir irgendwie weiß nicht also ist mir nicht mehr so dass das AEW was mich so begeistert hat die letzten Jahre momentan was viele Angles angeht was viele Richtungen angeht ich glaub das hat man vielleicht heute auch sehr gut rausgehört ja Preston Vance gegen Takesh da war auch noch gutes Match aber muss man das unbedingt erwähnen Takesh hat gerade gewonnen aber ja das einzige interessante daran war du nimmst mit Preston Vance jemanden aus dem Stable das immer verliert und packst ihn in ein Stable das immer verliert nur er ist jetzt Heal und das war's also Preston Vance also dieser der Heal Turn und der Wechsel hat überhaupt keinen Impact gehabt jetzt im Nachhinein weil er immer nur verliert also ja das Match war nett jeder Takeshter Fan kann mal einen Sieg im TV sehen was bei ihm bislang noch nicht häufig der Fall war aber ja ich möchte es kurz halten mehr gibt es dazu nicht zu sagen war da das Unterhaltsamste fand ich bei Rampage war ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast aber ich schaue in einem Stream halt da gibt es auch halt die Pausen halt zwischendrin wenn die halt in Picture-on-Picture sind und da hörst du halt die Kommentare und Jericho und Tony Schivani es ist und auch Don Callis der da auch mal am Start war beim Takeshter Match das war halt einfach nur Comedy Gold das ist jedes Mal wenn die in der Pause sind das ist auch bei Dynamite mit Taz so meine Güte ey die hauen da Witze raus die ja wie soll ich denn das sagen die verarschen sich gegenseitig das ist so geil das macht am meisten Spaß so nächste Woche AEW Dynamite haben wir ja das Trios-Title-Match was crazy wird auf jeden Fall International Title Orange Gäste gegen Jeff Jarrett ich tippe mal auf die Titelverteidigung oder also Jeff Jarrett also es würde mich sowohl schockieren und ich fände es grauenvoll wenn jetzt ein Titel an Jeff Jarrett geopfert wird Punkt unterschreibe ich BCC gegen Dark Order und Adam Page ja wird bestimmt ein geiles Match also das kann ich mir vorstellen die werden bestimmt auch ihre 12 Minuten bekommen das wird bestimmt gut aber du hast ja auch schon vorhin gesagt ja jeder weiß wer den Pin fressen wird so ja der Darby ist also wenn man nicht wenn man nicht die BCC verlieren lässt aus irgendeinem Grund ja MJF feiert seinen Geburtstag wird da auch sein Segment haben wie heißt das nochmal genau die Re-Bar-Mitzvah Re-Bar-Mitzvah okay also freut euch darauf ich tippe mal ich bin im jüdischen Glauben nicht ganz ja ich auch nicht ich weiß nicht ganz genau was eine Bar-Mitzvah jetzt im Detail ist aber er hat jetzt hat man nur eine Bar-Mitzvah ist das wie eine Kommunion ich weiß es nicht ich habe keinen Plan ja okay also das ist eigentlich traurig ich hatte zwei Jahre Religion in der Schule ich habe keinen Plan naja gut so ist wie dazu ich denke mal das ist mein Tipp dass Darby Allen hier auftauchen wird er hatte auch eine kleine Promo bei Rampage dass er halt nochmal was machen will bevor er weg geht von der AEW und ich glaube mit dem MJF-Segment das ist ja ein perfektes ja ein perfektes Setup diese ganze Sache bei Darby gegen MJF und den World Title das ist auch cool eine coole Sache da habe ich Bock drauf joa ansonsten ja gut Jay Cargill hat noch die Open Challenge gegen eine ähm Canadian Bitch glaube ich hat sie gesagt oder nee die habe ich was hat Bitch Ass hat sie gesagt oder Canadian Bitch Ass ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht wer könnte das sein mit der Frauen weiß ich nicht immer genau ob die Kanadierinnen sind oder aus dem USA kommen ja AEW hat glaube ich ich glaube nur Bunny als Kanadierin äh von daher wird es die bestimmt nicht aber ich denke mal das wurde auch so ein bisschen gerüchtet dass es Taya Valkyrie ist ja gut finde ich okay ist halt ein Name ne aber den kennen also den Namen kennen denke ich einige Wrestling Fans die war bei Impact ja schon Knockouts Champions Knockouts Champion mehrmals und auch überhaupt äh Triple A ähm wie hieß die äh Reina der Reinas Champion also die die hat schon Titel gewonnen die war auch glaube ich mal bei WWE ne ja die war bei NXT aber relativ unerfolgreich und dann gab es ja diese große Entlassungsfälle vor zwei Jahren oder so und dann war die auch schnell wieder weg also hat sie dann nichts gerissen ne die war mit Kaderin bei NXT und das gefühlt für drei Monate naja gut aber die ist halt echt eine solide Dame also die kennt man halt auch vom Name her ist einer der Bekannteren im Indie Wrestling war auch bei Lucha Underground meine ich damals ich weiß nicht das kennst kennst du das noch Lucha Underground ja 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 also nie so richtig reingeguckt aber man hat dann trotzdem irgendwie immer so ein bisschen verfolgt aber die war da auch immer mal am Start glaube ich zumindest also der Name und überhaupt das ganze ich glaube das sagt man das ähm ja die könnte ich mir halt vorstellen weil ich die halt einfach gelesen habe in 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 Bezug auf das Match weil ansonsten ich mir fällt keine Kanadierin Babyface vor allem fällt mir halt überhaupt keiner also zumindest auch keine die jetzt irgendwie noch zu haben wäre also keine Ahnung WWE Natalia oder so ganz egal aber die wird ja jetzt ja nicht nächste Woche aufdrehen genau deswegen sonst keine Ahnung also ich hoffe insgeheim ganz ehrlich die kann die Rüge besiegen also Taya kann Jade besiegen weil ich will was anderes mit Jade machen das ist äh bitte was macht's sobald es irgendeine Gegnerin ist wo ich sage ja von mir aus sei es jetzt eine Willow sei es eine Chris Zedlander sei es eine Taya wenn sie denn kommen sollte das ist sie ist zumindest ein Name den Leute kennen was die nicht bei WWE oder AEW ist und ja come on also ich fände es ein bisschen wenig muss ich sagen also vielleicht bin ich zu NXT vorbehaftet wo ich sie gesehen habe und sie wirklich nichts gerissen hat deswegen ist sie vielleicht in meinem Kopf einem schlechteren Standing als sie vielleicht eigentlich hat mit ziemlicher Sicherheit sogar aber da würde ich mir schon ein bisschen mehr vorstellen also ich weiß noch das war halt noch Thema in meiner ersten Elite-Auer wo ich gesagt habe man hat Jade Cargill so groß gemacht das muss ein fast schon Goldberg ähnlichen Knall geben wenn sie auf einmal verliert jetzt ist natürlich Jade Cargill dabei das ist so viel kälter als es damals in Goldberg war aber das muss irgendwann ich bleibe dabei es muss zumindest irgendwas Großes sein und es muss irgendeine Frau sein der das richtig weiterhilft diesen Sieg zu holen deswegen das wäre mir zu wenig muss ich sagen das muss ich ganz ehrlich sagen dadurch dass das eben jetzt so kalt ist vor einem Jahr hätte ich gesagt klar könnte man aufbauen weil da war es noch halt in den Anfängen halt von dem Title Run ich habe gedacht vielleicht so in einem halben Jahr so bei Rollout hat man ja so gerechnet dass vielleicht jemand Jade besiegt aber jetzt nach einem Jahr Title Run nach zwei Jahren von Jades die Leute wegknallt jede Woche innerhalb von zwei Minuten die ist so kalt wie du schon gesagt hast also ich bin mittlerweile echt verzweifelt so ne macht einfach irgendwas anderes weil mir ist das relativ egal weil ich glaube nicht das ist mein Punkt ich glaube nicht dass momentan es irgendeiner weiter groß helfen würde ob sie jetzt Jade besiegt klar es wäre ein großer Sieg auf dem Papier und ja die Streak ist gebrochen bla 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 aber ich so wie ich AEW kenne und das ist leider auch ein Kritikpunkt von AEW die verkaufen ja ihre großen Sachen nicht so da muss man WWE oftmals loben auch wenn die es vielleicht ein bisschen übertreiben manchmal mit ihren Videopaketen und ihren Recaps von Angles und sowas aber die betonen das halt richtig dass das alles wichtig ist was da passiert und dass die großen wichtigen Angles da auch von mir aus zweimal in der TV-Show halt mal durchgelaugen werden das ist auch vollkommen okay das macht AEW halt null das ist halt das Ding und ich glaube selbst das wenn hier Jade besiegt wird es wird dann in der nächsten Show erwähnt hey hier ist ein neuer TBS-Channel sie hat die Streak besiegt und dann ja what's next ja kannst du eigentlich auch vergessen weil Jade wird danach sowieso ja die wird ja nicht auf eine Losing-Streak gehen die wird ja trotzdem danach bestimmt wieder fertig gemacht werden für ein World-Title-Nage irgendwann ja das das schon aber also du müsstest dir natürlich Mühe geben und es nochmal groß machen du kannst jetzt nicht einfach den Titel wechseln lassen und auf einmal hast du diesen größeren Effekt was natürlich auch das Problem jetzt an einem möglichen Titelwechsel bei Dynamite wäre aber wenn wenn du dich ja wirklich dann wenigstens mal hinsetzen würdest und baue ihr einen Gegner auf also wer auch immer das sein könnte lass sie ein, zwei TV-Matches gewinnen und mach eine mach eine Fede draus die ein bisschen länger geht sodass du wirklich dieses Match hypen kannst und dann passiert das aber allein schon dass wir das äh Trio-Six-Man-Take-Match haben was eh schon mal alles überstrahlen wird in der Ausgabe dann haben wir noch das International Championship-Match was zumindest mal seine 10-15 Minuten bekommt genau wie das Six-Man-Take-Match zwischen Dark Order Hangman und PCC ich befürchte ja jetzt schon dass das irgendeinem toten Spot landen würde wenn du da auch noch den Titel das wird ja nicht passieren aber ich muss es war halt so so meine Reaktion als ich das gehört habe so ja Open Challenge in Kanada ich bringe sie jemand Neues rein das wäre doch eine Möglichkeit ich glaube fast eher das wird eine One-Night-Only-Sache Tire Valkyrie verliert das und und ja Tschüsseldorf dann war es das schon wieder genau ja mehr gibt es eigentlich nicht zu Dynamite dann zu sagen für jetzt die kommende Woche ja allgemein so letzte Woche AEW ich muss ganz ehrlich sagen bei so vielen Dingen bei der Show verlieren sie mich momentan du bist ja sowieso schon kritisch weil du schaust ja halt auf EW und du hast da einen sehr guten Vergleich immer was amerikanische TV-Shows angeht das habe ich halt nicht ich schaue halt mit New Japan Pro Wrestling mit Stardom und sowas ich schaue halt da ganz andere Wrestling-Programme also wenn du weißt was ich meine ganz andere ganz andere Stile die machen ja mehr so in diesem House-Show-Stil Big-Show-Stil nicht den Wrestler sondern die Art von Wrestling-Events und AEW das mit TV-Restling schaue ich halt als einzige Promotion das ist halt immer schwierig da für mich so gewisse Sachen rauszuziehen weil ich habe ja WWE auch jetzt nie so regelmäßig lange verfolgt also für ein paar Jahre ja als ich angefangen habe aber ich kann da nicht wirklich so einen Kontrast so einen so einen Vergleich ziehen aber ich muss ganz ehrlich sagen Dynamite verliert oder AEW allgemein verliert nicht momentan bei vielen Sachen ich finde viele Charaktere immer noch super aber die Fäden die sie da jetzt eingeschlagen haben wieder beziehungsweise weitergeführt haben unnötigerweise finde ich manchmal etwas übertrieben aber gut und etwas belanglos muss ich dazu sagen weil es mich einfach nicht interessiert aber man kann es ja nicht jedem recht machen es gibt bestimmt Leute die es alle feiern ja gut beenden wir die Ausgabe für diese Woche nach unserem langen Wochenende mit dem Karat wir haben irgendwie nach AEW geschaut und für euch hier die Review aufgenommen ja hast du noch was loszuwerden Stefan? die Erinnerung an die Quizmania-Frage wer hatte vor Wardlow die kürzeste TNT-Titel-Regentschaft hättest du es gewusst oder wüsstest weißt du es ich weiß es zumindest nicht mit Sicherheit weil es in den letzten ja ein, zwei Jahren reihenweise Regentschaften gab die gefühlt nur einen Monat gingen das ist richtig also zumindest was sehr wenn ich mich auf einen Namen festlegen müsste ich hab grad im Kopf entweder ist es wahrscheinlich Darby Allen Sammy Guevara oder Scorpio Sky wenn du dich festlegen müsstest wenn ich mich festlegen müsste boah Darby Allen leider falsch schade und zwar war das der gute Sammy Guevara du warst nah dran ok immer in die Top 3 und zwar war das in seiner vierten Regentschaft im April 2022 also letztes Jahr da der ein Titel-Reign zieht eine Titel-Regentschaft von elf Tagen das habe ich auch überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt weil der Titel da gefühlt zehnmal hin und her gewechselt ist mit Sky und Skevara dann hat Wardlow den Title ja gewonnen ja Sammy hatte keine langen Title Reigns obwohl er halt viermal Champ war insgesamt ich finde es mit dem Interim das ist so eine dumme Sache weil selbst bei Wikipedia noch mal kurz off-topic zu gehen bei Wikipedia steht es selbst auch da steht einfach Sammy Guevara vierter Title Reign da steht zwar irgendwo Interim da am Ende bei den Bemerkungen aber im Endeffekt ist das so dumm wenn du diese Titel-Regentschaften machst und dann kommen die da mit Interims und da sind zwei Leute auf einmal Champion das ist ja so dumm aber gut der war viermal Champion und damit gut das ist auch Interims Zeug das regt mich mal auf naja gut damit beenden wir die Elite Hour checkt von mir aus wenn ihr noch die Interviews anschauen wollt durchlesen wollt bei Wrestling-Infos.de die wir zum Karat gemacht haben ja schaut da gerne rein Stefan hat schon gesagt checkt die Review aus die bald kommen wird zum Karat Turnier und überhaupt zum Karat Wochenende und ich hoffe ihr seid nächste Woche wieder dabei wir hoffen ihr seid nächste Woche wieder dabei und ihr habt Spaß bei AEW diese Woche und überhaupt beim Wrestling-Schauen und ich würde sagen Stefan hat noch das Schlusswort ich sag schon mal tschüss macht's gut ja vielen Dank vielen Dank fürs Zuhören ich glaube Dynamite und Rampage kann man irgendwie als okay betiteln es wurde zumindest jetzt gerade für mich nach dem Gespräch mit Julian auch irgendwie nicht besser vielleicht also ich hatte die Hoffnung dass ich auf irgendwelche mehr positiven Aspekte kommen würde auf die ich vorher nicht gekommen bin deswegen ich hoffe nächste Woche wird der Motor nicht nochmal abgewürgt was Dynamite angeht ich hoffe euch hat die Ausgabe gefallen ich wünsche euch ganz viel Spaß damit oder ich hoffe ihr hattet ganz viel Spaß damit ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dynamite am Mittwoch vielleicht wird's besser vielleicht auch nicht wir werden sehen und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.